Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zum vierten Teil der Serie der Kirchenväter und mein Kommentar zu den Ältesten, die wir dort heute historisch noch vor uns haben. Und wir sind im ersten Jahrhundert immer noch, da wollte ich nicht drauf drücken, und da haben wir Clemens von Rom schon durchgearbeitet. Und jetzt gehen wir noch zu Philon von Alexandria und dort sind wir hier bei Abraham drin. Und dort haben wir die Hälfte geschafft, das heißt von 46 Kapitel 23. Wir machen also mit Kapitel 24 weiter. Nochmal der Hinweis, da ich darauf auch nochmal aufmerksam gemacht wurde, vielleicht auch für den Zuhörer nochmal zur Erklärung, dass Philo selbst nicht ein Christ war, sondern ein Jude aus dem hellenischen Hintergrund, also der in Griechisch sprechend war und ja, nicht in Israel generell gelebt hat, sondern dort in den griechisch sprechenden Synagogen aktiv war und dementsprechend dort seine Meinungen herleitet, bezüglich, wie er hier hauptsächlich natürlich über das Alte Testament redet. Dennoch ist es interessant, weil ich Philo ja auch schon mal eingearbeitet habe in die Chronologie, weil auch Philo nach einer anderen Chronologie-Zählung die biblische Geschichte zusammenzählt, von Adam bis Jesus oder auch bis heute, da ist er auch schon mal in meinen Videos indirekt vorgekommen. Nun, wenn wir mal hier weiterschauen, ab Kapitel 24 in seinem Brief oder ja, was auch immer das ist, das Buch hier über Abraham, was er dort für Ideen verbreitet hat. Legen wir los. So viel sei zur buchstieblichen Erklärung gesagt, nun wollen wir mit dem verborgenen Sinn beginnen. Die wörtlichen Äußerungen sind nur Symbole der im Geiste erfassten Vorstellungen. Wenn nun die Seele gleichsam wie zur Mittagszeit durch Gott erleuchtet wird, wenn sie ganz und gar von dem reinen geistigen Licht erfüllt ist und die ringsum von ihnen ausgehenden Strahlen aufhängt, bekommt sie eine dreifache Vorstellung eines einzigen Gegenstandes, einmal die, dass er selbst da ist, und dann die, als ob zwei Schatten von ihnen ausstrahlten, wie dies auch denen begegnet, die in einem sinnlich wahrnehmbaren Lichte weilen, denn häufig fallen doppelte Schatten von ruhenden oder bewegten Dingen zusammen ein. Ja, das stimmt. Allerdings darf man nicht glauben, dass bei Gott die Schatten im eigentlichen Sinne gemeint sind. Wir gebrauchen diesen Ausdruck nur, um die Sache, die erklärt werden soll, deutlich zu machen, obgleich sie sich in Wahrheit nicht so verhält. Es ist aber, wie einer, der der Wahrheit sehr nahe kommt, sagen könnte, der Vater des Weltalls, der Mittlere, der in den Heiligen Schriften mit seinem eigentlichen Namen der Seiende genannt wird, geht es also um Gott, auf beiden Seiten aber sind die höchsten und nächsten Kräfte des Seienden. Die Schöpferische und die Regierende. Die Schöpferische heißt Gott, denn mit dieser hat er das All ins Dasein gesetzt und eingerichtet. Die Regierende Herr, denn es ist billig, dass der Schöpfer über das Geschöpf herrscht und regiert. Und Philo deutet in Klammern in seinen Schriften häufig die in der Septuaginta gebrauchte Bezeichnung Theos als die schöpferische und wohltuende und die Bezeichnung Kurios, also Herr heißt das, sonst einer heißt Gott, als die Regierende, strafende Kraft Gottes. Im Neuen Testament werden diese Dinge ja auch gebraucht, Theos oder Kurios, einmal für Gott und einmal für Herr aus dem Griechischen. Und da haben wir natürlich auch im Hebräisch natürlich andere Worte, die dafür gebraucht werden. Das ist ja eine andere Sprache, aber dennoch werden die zumeist auch mit Herr übersetzt. Adonai und der Gottesname generell Elohim oder El oder halt, ja, da reicht es ja schon aus. Und das ist dann auch natürlich Herr mit Großbuchstaben, wird nicht Adonai, sondern da dann auch meistens das Tetragramm, die vier Buchstaben des Gottesnamens auch so übersetzt. Zumindest in den meisten Übersetzungen. Wenn man darauf mal eingehen würde, ja, natürlich kann man sagen, dass, wenn es hier heißt, die beiden Begriffe Gott und Herr, Gott soll das Schöpferische darstellen, da würde ich sagen, ja, lasst uns, ja, also man kann schon sagen, dass man da miteinander etwas verbinden kann. Das würde ich nicht gänzlich ausschließen. Immerhin heißt Gott ja auch etwas, jemand, der eine Macht hat. Und jemand, der eine Macht hat, etwas herzustellen, zu schöpfen, ihm dann den Namen oder den Beinamen Gott mitzugeben, wäre jetzt nicht so weit hergeholt zumindest. Und der Herr, wie es ja die Bibel auch kennt, der Herr ist jemand, der über etwas herrscht. Also über einen Sklaven, über seine Gegenstände, sein Haus, sein Vieh, vielleicht sogar seine Frau, ja, laut der Bibel. Und, ja, da ist also eine Position, dass jemand sich dem anderen unterordnet und ihm dient, und zwar dem Herrn, einen Herrn. Das kann Gott sein, das kann ein Mensch sein, ein König sein. Ja, und da passt das natürlich auch zueinander. Gott hat uns geschaffen, ja, die Welt geschaffen, ja, und auch er herrscht über uns. Das heißt, er hat das Sagen, dass wir das zu machen haben, was Gott sagt. Und machen wir es nicht, gibt es Ärger. Ja, ja, so ist die Ordnung, die Hierarchie bei Gott, die er festgesetzt hat, sowohl für die Menschen als auch in der Gottes-Hierarchie. Ja, und so muss das halt laufen. Das ist hier nicht, wie gesagt, zu weit hergeholt. Hier sind wir. Das Wort Theos bringt er nach einer alten Ethnologie, Herodot 2, 52, mit dem Verbum, Was heißt das? Setzen? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht genau erkennen, zusammen. Wenn übrigens Philo an unserer Stelle den Mittleren den nennt, der in der Heiligen Schrift der Seinde genannt wird, ja, so denkt er vermutlich an die Stelle 2. Mose 3, 14, wo die Septuaginta übersetzt, Begleitet also von diesen beiden Kräften zeigt der Mittlere, dem Schauenden Geiste bald die Erscheinung eines einzigen bald die von dreien. Die Vorstellung von dem einen nämlich, wenn er, der schauende Menschengeist, im höchsten Grade geläutert ist und nicht nur an der Menge der Zahlen, sondern auch an den Nachbarinnen der Eins, an der Zwei, vorüberziehend zu der ungemischten, nicht zusammengesetzten, für sich durchaus keines anderen bedürftigen Idee sich emporschwingt, die Vorstellung von dreien dagegen, wenn er noch nicht in die großen Mysterien eingeweiht ist und nur erst die geringen Grade kennt, ach, das kommt so bekannt von den Freimaurern, und das Seinde aus ihm allein ohne Mithilfe eines anderen nicht zu begreifen vermag, sondern nur aus dessen Wirkungen als ein schaffendes und regierendes Wesen, diese ist nun wohl, wie man zu sagen pflegt, zweite Fahrt, sprichwörtlich Redensart, von einem, der einen zweiten Versuch macht, nachdem ihn der erste misslungen ist. Sie steht aber nicht desto weniger in Verbindung mit gottwohlgefälliger Meinung, die andere Vorstellung dagegen hat nicht nur Verbindung mit ihr, sondern ist selbst gottgefällige Meinung oder richtiger, die Wahrheit, die älter ist als Meinung und höher steht als alles Meinen. Wir müssen aber das Gesagte deutlich erklären. Hier kommt natürlich auch der Gedanke, auch der Dreieinigkeit in irgendeiner Weise auch da in Verbindung vor, wenn man die Weisheit betrachtet im Judentum oder halt den kleinen Gott. Also viele Überlegungen gibt es schon im Judentum über die Jahrhunderte, Jahrtausende, die in der geschrieben wurde, wie man sich nun Gott vorstellt, wenn er nur sagt, lasst uns schaffen, lasst uns machen. Wer sind denn die da alle? Ist es der eine Herr und dann ist da noch jemand der Heilige Geist und dann ist da noch die Weisheit? Oder ist da vielleicht auch noch der Sohn Gottes auch noch da? Das würden jetzt Christen von sich aus sagen, ja. Dass da natürlich ein bisschen mehr los ist, als dass da einer nur alleine ist und nichts um sich der drum hat und alles nur persönlich selber macht, ohne Heiligen Geist, ohne Sohn. Das findet sich natürlich in der Bibel so nicht wieder. Deswegen auch Juden haben sich schon damals darüber Gedanken gemacht, wie man denn die Bibel diesbezüglich verstehen könnte. Natürlich würde jetzt die Wahrscheinlich-Philo sagen, das hat nichts mit Jesus zu tun, aber Gedanken haben diese Juden auch damals, die jenistischen Juden, sich auch gemacht um diese Dinge. Nächstes Kapitel 25. Es gibt drei Stufen menschlicher Charaktere und eine jede von ihnen hat eine der erwähnten Vorstellungen zugeteilt erhalten. Die höchste Stufe hat die mittlere Vorstellung von dem wirklichen Seinden. Die zweite stellt sich die rechts stehende Wohltuende Kraft vor, die Gott heißt. Die dritte, die auf der anderen Seite stehende Herrschende, die Herr genannt ist. Die höchste Charakterstufe dient dem für sich selbst, ohne irgendjemanden Seinden und lässt sich durch nichts anderes davon abziehen, weil ihr Streben einzig und allein auf die Verehrung des Einzigen gerichtet ist. Von den beiden anderen tritt die eine dem Allvater nah und wird mit ihm vertraut, durch die Wohltuende Kraft, die andere durch die Regierende Kraft. Was ich damit meine, ist folgendes. Sobald die Menschen wahrnehmen, dass manche sich ihnen unter dem Verwandte der Freundschaft nähern, um Vorteile zu erjagen, blicken sie sie misstrauisch an und wenden sich von ihnen ab, da sie die geheuchelte Schmeichelei und Freundlichkeit wie etwas sehr Schädliches fürchten. Gott aber, der ja keinen Schaden erleiden kann, ruft freundlich alle zu sich, die ihn aus irgendwelchem Grunde ehren wollen und weist überhaupt keins zurück. Er offenbart vielmehr denen, die Ohren in der Seele haben, gewissermaßen Folgendes. Der erste Preis ist für solche ausgesetzt, die mir um meinetwillen dienen, der zweite aber für solche, die es um ihrer selbst willen tun, entweder weil sie Gutes zu erlangen hoffen oder weil sie die Erwartung hegen, Befreiung von Strafen zu finden. Denn wenn auch der Dienst der Letzteren des Lohnes wegen erfolgt und nicht uneignützig ist, so bewegt er sich nicht desto weniger innerhalb göttlicher Kreise und schweift nicht draußen umher. Ja, so eine Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, über das, wie geht eigentlich Gott mit allen Menschen um und wie betrachtet er den einen oder anderen und was sind die Konsequenzen für Sünde. Die Bibel gibt uns ja auch ein Beispiel dafür, dass wir eine unterschiedliche Beziehung haben können zu Gott und dem System, das er uns auferlegt. Ja, und da finde ich diesen Spruch jetzt zumindest von Philo nicht verkehrt. Finde ich gut, gut ausgedrückt. Ja, dass es immer noch besser ist, als etwas anderes, in einem anderen Zustand zu sein, wenn es hier heißt, ich lese das nochmal vor, für solche nun, die mich um meinetwillen ehren, wird eine Belohnung ausgesetzt sein, wie sie freuen zukommt. Jene, die aus eigennützigen Gründen mir dienen, erhalten zwar nicht denselben Lohn, aber doch einen solchen, dass sie nicht für Fremde angesehen werden. Denn ich nehme sowohl den freundlich auf, der an meiner wohltuenden Kraft Anteil haben will, um Gutes zu erlangen, als auch den, der aus Furcht meine herrschende und gebietene Macht sich günstig stimmt, um Strafe von sich abzuwenden. Weiß ich doch sehr wohl, dass sie nicht schlimmer, sondern besser werden, wenn sie in ununterbrochener Gottesverehrung lauter und reine Frömmigkeit üben. Das, was ich lesen wollte, war wahrscheinlich etwas weiter oben, aber auch das passt natürlich zu den Dingen auch. Um den ersten hier, um die Preise bei Gott. Der erste Preis ist für solche ausgesetzt, die mir um meinetwillen dienen, der zweite aber für solche, die es um ihrer selbst willen tun, entweder weil sie Gutes zu erlangen hoffen, oder weil sie die Erwartung hegen, Befreiung von Strafen zu finden. Denn wenn auch der Dienst des Letzteren des Lohnes wegen erfolgt und nicht uneingenützig ist, so bewegt er sich nicht desto weniger innerhalb göttlicher Kreise und schweift nicht draußen umher. Ja, und da gibt es natürlich den, für den es gar keinen Lohn geht, der sagt, ich will mit Gott gar nichts zu tun haben. A, mir ist Gott in Klammern scheißegal und mir sind seine Regeln scheißegal. Ja, und die anderen beiden, haben wenigstens eins von beiden gewählt oder der eine zwei und der eine hält sich zumindest nur an die Regeln, auch wenn er mit Gott nicht so viel zu tun hat. Aber der beides nicht macht, weder die Regeln noch die Gottverehrung, das sind die, die am schlimmsten dran sind in der Zeitgeschichte der Menschheit, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft nach der Totenauferstehung. Machen wir weiter. Denn wenn auch die Beweggründe sehr verschieden sind, weshalb sie sich Mühe geben, mir zu gefallen, so ist ihnen daraus keinen Vorwurf zu machen, denn sie haben doch das eine Endziel und den einen Endzweck im Auge, mir zu dienen. Dass aber die dreifache Vorstellung in Wirklichkeit sich auf einen einzigen Gegenstand bezieht, ergibt sich nicht nur aus der allegorischen Betrachtung, sondern auch aus dem Wortlaut der Stelle der Schrift. Denn wie der Weise die drei Männer, die Wanderin, den Wandern gleichen, bittet, bei ihm einzukehren, spricht er zu ihnen nicht wie zu dreien, sondern wie zu einem, denn er sagt, Herr, wenn ich Gunst bei dir gefunden habe, zieh nicht vorüber an deinem Diener. 1. Mose 18, 3, denn die Worte Herr bei dir und zieh nicht vorüber sind an einen, nicht an mehrere gerichtet. Ja, da erinnere ich mich doch wieder an einen Katholiken, der vor kurzem ein Video gemacht hat, über angeblich, ja, bezüglich, was da nun vonstatten ging, als da drei Personen zu Abraham kamen. Wahrscheinlich haben die Katholiken das auch aus diesen Texten herausgenommen, wo sie denken, ja, und da wird ja nur einer Herr genannt und nicht alle drei werden einzeln angesprochen. Das beweist aber gar nichts, dass da Gott Vater, Gott Sohn, der Heilige Geist in irgendeiner Weise anwesend war. Es kann immer noch sein, dass da Gott in irgendeiner Form als Sohn oder als Vater, wahrscheinlich eher als Sohn, vor Abraham war und Gott ihn auch erkannt hat, dass das hier nochmal jemand anderes ist als die anderen beiden und die anderen beiden einfach Engel waren, die mit Gott gekommen sind, um das Gericht über Sodom und Gomorra zu bringen. Das eine als auch das andere kann man nicht beweisen, aber auch nicht widerlegen. Aber Katholiken machen, glaube ich, da sehr gerne ein Dogma draus, aus diesen Stellen zu meinen, guck mal, hier gibt es schon die Dreieinigkeit, die zu Abraham kommt. Nun gut, machen wir weiter, das nur als Kommentar von mir. Und wie die gastlich aufgenommen sich ihrem Gastgeber erkenntlich zeigen, feist wiederum einer, wie wenn er allein nur anwesend wäre, die Geburt eines ehrlichen Sohnes mit folgenden Worten, zurückkehren werde ich zu dir über das Jahr und um diese Zeit und dein Weib Sarah wird einen Sohn haben. 1. Mose 18, 10. Ja, wo die Engel nicht gesprochen mit Jesus, würde ich jetzt sagen, äh, nicht mit Jesus, mit Abraham, nur die Katholiken würden sagen, naja, äh, das waren auch keine Engel, die mit dem einen da gekommen sind, sondern der Sohn und der Geist, wie auch immer. Naja, Kapitel 26. Sehr deutlich und ganz unzweifelhaft deutet er dies auch im Folgenden an, 1. Mose 19. Das Land der Sodomita, ein Teil des kanalitischen Landes, das man später Syria-Palästina nannte, war voll von unzähligen Freveltaten, ganz besonders von solchen, die aus Völlerei und Ausschweifung entstehen. Hm, tja, ähm, ja, das weiß nicht, das haben wir im Neuen Testament in ähnlicher Weise auch vor uns liegen, Grundtaten des Untergangs der Sodomita, das war jetzt nicht nur die Unzucht, sondern dass es halt jedem Volk, dem es gut geht, dass da schon man dann halt ausschweift und, ja, in Völlerei lebt und sich um nichts mehr Sorgen macht. Das zeigt aber die ganze Bibel auf. Ja, deswegen ist diese Interpretation nicht unbedingt verkehrt, aber das ist ein Beispiel, das wir rundum in der Schrift vorfinden, wenn es Menschen gut geht, dass sie dann halt in die Gottlosigkeit leichter fallen können. Und hatten dazu eine große Menge anderer Lüste aufgehäuft. Na gut, da stehen auch ein paar wahrscheinlich da in der Bibel, die jetzt hier nicht aufgezählt werden. Deshalb war es längst von dem Richter des Eils verurteilt. Veranlassung zu dem übermäßig zuchtlosen Leben gab den Bewohnern die beständige Fülle von Vorräten, denn das fruchtbare und wasserreiche Land brachte Jahr für Jahr einen reichen Ertrag an mannigfachen Früchten. 1. 1. Mose 13, 10 Ja, das wie gesagt haben wir heute auch in anderen Ländern, auch in Deutschland. Überall wo furchtbarer Boden ist, kann dies dazu führen, dass Menschen Gott wieder verlassen nach einer gewissen Zeit. Die Hauptursache des Bösen ist aber, wie einer mit Recht gesagt hat, ein zu viel des Guten. Ja, ein Zitat aus dem Stück des Komödiendichters Minanda. Da sie diesen Überfluss nicht ertragen konnten, wurden sie ausgelassen wie übermütige Tiere und warfen das Gesetz der Natur. Aha, wieder mal hier das Gesetz der Natur, wo ich immer sage, das lässt sich zwar mit dem Römerbrief irgendwie im Einklang bringen, aber das steht da nicht wortwörtlich und daher würde ich immer noch sagen, sie verwarfen das Gesetz Gottes von sich, nicht unbedingt das Gesetz der Natur, aber über die Interpretation kann man auch Gesetz der Natur sagen. Indem sie sich wüster Zecherei und Schmauserei und gesetzwidrigen Ausschweifung zu wandten, sie zerstörten in ihrer Weibertollheit nicht bloß fremde Ehen, sondern Männer verkehrten auch geschlechtlich mit Männern ohne Scheu vor der gemeinsamen Natur, die sie mit ihren Mitschuldigen verbannt. Diese Knabenverführer, auch das, ja, das steht hier auf Griechisch, ja, ist wohl in das, wo jetzt da die Unterschied Grammatik, da gibt es vielleicht ein paar Buchstaben, die unterschiedlich sind, aber ich könnte es jetzt nicht identifizieren, zu korrigieren. Erhielten zwar den klaren Beweis, dass sie auf diese Weise ihre Manneskraft unnütz vergeudeten, aber der Beweis fruchtete nichts, weil sie von zu heftiger Begierde sich überwältigen ließen, indem sie nun allmählich Männer daran gewöhnten, das zu dulden, was dem weiblichen Geschlechte zukommt. Riefen sie bei ihnen die Weiberkrankheit hervor, ein schwer zu bekämpfendes Übel, nicht nur erzeugten sie in den Körpern weibliche Schwäche und Weichlichkeit, sondern auch in den Seelen brachten sie eine niedrige Gesinnung zustande und somit es an ihnen lag, hätten sie das ganze Menschengeschlecht vernichten können, denn wenn allzumal Helenen und Barbaren hierin übereinstimmend solchen Verkehr üben wollten, würden die Staaten der Reihe nach wie durch pestartige Krankheit entvölkert werden und als bald veröden. Herrlicher Text, oder? Also, wenn man das auf heute mal auf Deutschland oder andere westliche Länder bezieht, Mensch, ja, da steht Sodom und Gomorra oder das Ende von Sodom und Gomorra ja nicht ohne Grund vor der Tür, wie es auch damals schon genau so ablief, wie man heute mit diesem Thema umgeht, ja, unserer Kulturengesellschaft, wie auch damals schon hier Philo darüber berichtete, was die Bibel eigentlich verbietet und die Menschen machen es trotzdem, weil der Gesetzgeber im Land sagt, das ist ja nicht so schlimm, wir haben uns ja nur alle lieb. Wie Gott dazu steht, naja, das ist erstmal nicht so wichtig, nach uns die Sinnflut, ja, die könnt ihr gerne haben, Corona und Co. lässt grüßen. Kapitel 27. Aber Gott, der Helfer und Menschenfreund, hatte Erbarmen und verlieh dem natürlichen Verkehr von Männern und Frauen, der nur zum Zwecke der Kindererzeugung gepflegt wurde. Reichen Segen. Ja, das haben die Katholiken wahrscheinlich auch wieder hier rausgenommen, deswegen wird es als offizieller Kirchenväter wahrscheinlich gezählt, ja, was natürlich meist achten Schwachsinn ist, das so auszudrücken, dass der Verkehr nur für die Kindererzeugung gepflegt wurde. Daraus haben ja Juden und gewisse Christen und Katholiken ja auch schon eine gewisse Dogmatik draus aufgebaut, im rabbinischen Judentum ebenso, dass man natürlich, die Bibel sagt ganz klar, in der Ehe gehört der Geschlechtsverkehr dazu Nachkommen zu schaffen. Einhundertprozentig. Ja, aber die Frage nach dem nur, ja, und das ist meist achten sie übertrieben, der der Geschlechtsakt in der Ehe dient auch zur Freude und zum Spaß, laut der Bibel. Was nur nicht daraus kommen darf, ist, dass man nur Spaß hat in der Ehe und aber keine Frucht bringt, also keine Kinder zeugt. Ja, das darf nicht im Vordergrund sein, im geschlechtlichen Umgang, der Spaß und dabei vielleicht nur ein Kind und dann machen wir Schluss. Das gibt vor Gott nur Ärger, laut der Bibel. Deswegen, liebe Menschen da draußen, Christen, ihr verheiratet seid, bitte mehr Kinder zeugen, bis zu vier Stück, denn hat man zumindest, denke ich mal, das soll erreicht. Mehr ist immer besser. Alle, die da drunter bleiben, in ihr Leben lang zumindest, obwohl sie 20, 30 Jahre verheiratet sind, die werden die Konsequenzen früher oder später schon noch spüren, zumindest statistisch gesehen. Ausnahmen mag es immer geben. Jene wieder natürlichen und unsittlichen Verbindungen aber verabscheute er und machte sie zunichte und alle, die von Leidenschaft für solche erfüllt waren, verwarf er und bestrafte er, nicht mit den üblichen, sondern mit ganz neuen und außergewöhnlichen Strafen. Ja, auch das ist biblisch gesehen nicht so ungewöhnlich, die Bibel sagt ja, dass bestimmte Krankheiten Unglücke denen bevorstehen, die halt es zu wild treiben. Er befahl nämlich plötzlich dem Himmel sich zu bewölken und einen starken Regen, nicht von Wasser, sondern von Feuer hinab zu senden. Als nun ein Flammenmeer mit großer Heftigkeit unaufhörlicher Niederfuhr verbrannten Äcker und Wiesen, dicht belaubte Heine und bewachsene Talgründe und tiefe Waldungen, es brannte die Ebene und alle Getreidefrucht und die übrige Saatfrucht, es brannten auch die baumreichen Stellen des Berglandes und Stämme samt den Wurzeln gerietenden Brand, auch Gehöfte und Häuser und Mauern und alle privaten und öffentlichen Gebäude verbrannten. An einem Tage wohnen reich bevölkerte Städte, die Gräber, ihre Bewohner, die Bauwerke aus Steinholz, wohnen zu Asche und leichten Staub. Nachdem aber das Feuer alles Sichtbare über der Erde verzehrt hatte, drang es auch in die Tiefe ein und verbrannte die Erde selbst und zerstörte die in ihr vorhandene Lebenskraft bis zu völliger Unfruchtbarkeit, damit sie niemals wieder imstande wäre, Früchte zu tragen oder überhaupt zu grünen. Und sie brennt bis jetzt, denn das Blitzfeuer erlischt nicht, sondern frisst oder glimmt weiter. Ein klarer Beweis dafür ist das, was man dort jetzt noch sieht. Vor 2000 Jahren, als auch jetzt, wenn man die Gegenden dort in Jordanien sich mal umschaut, wird man diese Dinge da noch finden, die ganzen Schwefel und was auch immer da unter der Erde brennt. Nicht gerade fruchtbares Land. Ein Erinnerungszeichen des Unglücks, das sich zugetragen hat, ist der immer noch aufsteigende Rauch und der Schwefel, den man dort sucht. Ich habe mir viele Schriftsteller der Zeit auch kundgetan. Die zähle ich jetzt nicht auf. Als deutliches Merkmal aber der frühen glücklichen Lage des Landes ist eine Stadt in der Nachbarschaft und das sie umlegende Gebiet übrig geblieben. Stark bevölkert ist die Stadt, futter- und ehrenreich und überhaupt ertragreich ihr Gebiet. Zum Beweis für die durch göttlichen Urteil über jene verhängte Strafe. Ist das hier dieser Ort? Ich weiß nicht mehr. Einer wurde ja verschont, weil Lot darum gebeten hatte. Ja, wohin ziehen sollte. Vielleicht ist es dieser Ort damit hier in diesem Buch gemeint. Kapitel 28. Aber nicht um die Größe dieses ungewöhnlichen Unglücks zu zeigen, habe ich dies ausführlich erzählt, sondern weil ich feststellen will, dass nach den Worten der Heiligen Schrift von den drei Männern, die den Weisen erschienen waren, nur zwei sich in das jetzt verödete Land zur Vertilgung der Bewohner begeben haben, während der dritte es nicht für recht hielt, mitzugehen. Auch nach dem Midrash hatte einer der drei Engel den Auftrag, Sarah die Botschaft zu bringen, die beiden anderen Sodom zu zerstören und Lot zu retten. Aus Sicht der Juntum sind das drei Engel wahrscheinlich, in den meisten Überlieferungen zumindest des Juntum. Dieser war eben nach meiner Auffassung der Wahrhaftseinde. Also einer davon ist der Wahrhaftseinde, also Jahwe oder Jehova oder was auch immer. Das ist auch in der Bibel legitim zu sagen, dass einer von denen der eine Jahwe war oder der andere Jahwe. Und laut der Bibel könnte man interpretieren, entweder war es der Vater oder der Sohn, aber sehr wahrscheinlich war es der Sohn, weil Gott ja selbst niemand gesehen hat. Nun gut, also das würde ich jetzt dazu sagen. Der es für angemessen hielt, das Gute in eigener Person zu gewähren, seinen Kräften dagegen aufzutragen, in seinem Dienste das Gegenteil zu vollbringen, damit er ausschließlich für den Urheber des Guten, nicht aber für den Urheber irgendeines Übels gehalten würde. Ja, das macht in einer gewissen Weise Sinn, aber man kann natürlich auch sagen, wenn die anderen zwei Engel waren und das eine war Jesus, dass er natürlich auch sagt, wenn ich Aufträge habe, erteile ich das meinen Dienern und zwar meinen Engeln, dass die hier hingehen und das Gericht bringen, ja, ich gucke mir das an, sage, jo, kann gerichtet werden und dann sendet Jahwe von der Erde vom Jahwe aus dem Himmel Feuer herab. Und die Engel üben das letztendlich aus, letztendlich gehen in die Stadt hinein, kümmern sich noch um die Gerechten, dass die da rauskommen und dann Wort nach oben, jetzt kann Feuer runter und dann kommt Feuer runter. Jesus ist nicht in die Stadt gegangen, hat Lot gerettet. Der Vater von Jesus ist auch nicht in die Stadt gegangen und hat Lot gerettet. Laut der Überlieferung hier, was auch wahrscheinlich der katholischen Kirche sehr nah ist, ja, ist natürlich der Herr und Gott nach Sodom gegangen und hat Lot gerettet aus, ja, aber der Seinde, nein, der, der war ja denn, der hat ja mit Abraham geredet und ist danach wieder zurückgegangen zum Himmel. Ja, so könnte man sich die Vorstellung da mal untereinander jetzt mal anhören, wie es da so ist. So, Anmerkungen lesen wir uns nicht durch. Das tun, wie mich düngt, auch die Könige, die das göttliche Wesen nachahmen wollen, da sie ihre Gedankenbeweise persönlich darreichen, Bestrafung dagegen durch andere vollziehen lassen, ja, so ist das. Da aber von den zwei Kräften die eine die Wohltuende, die andere die Strafende ist, so erscheinen natürlich beide in dem Sodomiterlande, weil von den fünf vornehmsten Städten darin vier verbrannt werden sollten und nur eine frei von allem Bösen und unversehrt bleiben sollte. Das ist Interpretation, das kann man nur, ist schwierig, aber kann man interpretieren, denn die Zerstörung musste durch die Strafende, die Rettung durch die Wohltuende Kraft vollzogen werden. Naja, muss nicht sein. Das ist übertrieben. Das ist natürlich Philosophie, Gedankengut, wo man sagt, das kann man nicht immer widerlegen, aber das steht auch nicht eindeutig so in der Schrift drin. Kann auch einfach sein, dass zwei Engel da sind und die einen, die haben sowohl den Auftrag, die guten Sachen zu tun, als auch das Gericht zu bringen, beides zu tun, ja, auch das ist in der Bibel nicht ungewöhnlich. Dafür braucht es jetzt nicht zwei Engel, einmal den strafenden Engel und einmal den, der noch der, der die rettet, ja. Aber da auch der gerettete Teil nicht vollständig und vollkommene Tugend besaß, so erhielt er die Wohltat von der Kraft des Seinden der persönlichen Erscheinung Gottes, aber wurde er nicht gewürdigt. Ja, ja, tolle Interpretation. Ja, wenn Lot jetzt nur Engel sehen sollte und nicht Gott persönlich wie Abraham oder Gottes Sohn wie Abraham, dann muss ich nicht darauf jetzt schließen, dass das so ist jetzt hier wieder mit den Kraft und Wohltat oder Zucht und Wohltat, sondern einfach, ja, manche sehen halt nur Engel und manche sehen halt mehr als das. Und das mag schon sein, dass die, die richtig gut laufen, eher eine Wahrscheinlichkeit haben, mit Jesus in Kontakt zu kommen, als mit nur Engeln, ja. Ja, nächstes Kapitel 29. Das ist der offenbare und für die große Menge verständliche Sinn, der Verborgene aber, der sich nur an wenige richtet, die die Stimmungen der Seele und nicht die Formen des Körpers erforschen, soll sogleich angegeben werden. Sinnbildlich bedeuten die fünf Städte unsere fünf Sinne, die Werkzeuge, durch welche alle angenehmen Eindrücke, kleine und große, zustande kommen. Denn wir freuen uns bei dem Anblick der Mannigfaltigkeit von Farben und Formen, unbeseelten und beseelten Dingen. Und beim Anhören wohltan lautender Stimmen und beim Kosten von Speisen und Getränken oder beim Einatmen wohlriechender Düfte oder bei der Berührung weicher und warmer und glatter Gegenstände. Tierischer und sklavischer Natur sind drei von den fünf Sinnen. Der Geschmack, der Geruch und der Tastsinn, von denen die gehässigsten und geilsten Tiere hauptsächlich beherrscht sind. Ja... Ja, da kann ich nichts gegen sagen. Denn den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch fühlen sie sich entweder mit Nahrung an, erfüllen sich mit Nahrung an, oder sie folgen ihrer Brunst. Zwei Sinne aber sind von feinerer Art und haben die Führerrolle, das Gehör und das Gesicht. Nur sind die Ohren langsamer und gewissermaßen weiblicher als die Augen. Okay, das steht hier, tut mir leid. Die Kühen zu den sichtbaren Dingen vordringen und nicht erst abwarten, bis diese sie erregen, sondern ihnen vorher entgegeneilen und sie im Gegenteil in Bewegung zu setzen suchen. Das Ohr sollte also, weil es langsam und weiblicher ist, den zweiten Rang einnehmen. Einen besonderen Vorzug sollte das Auge haben. Denn Gott erklärte diese für den König der übrigen Sinne und setzte es über sie alle. Und da er ihm gleichsam auf der Burg, daher heilig im Kopfe, seinen Sitz anwies, machte er es am meisten der Seele verwandt. Beweisen kann man das aus der Tatsache, dass das Auge bei allen Wandlungen der Seele sich mit verändert. Denn wenn Trauer bei ihr einkehrt, sind auch die Augen voll Sorge und Niedergeschlagenheit. Bei ihrer Freude andererseits lächeln sie und blicken fröhlich. Wenn Furcht die Seele beherrscht, sind sie voller Unruhe und nehmen unsichere und zuckende Bewegungen an. Wenn aber Zorn die Seele erfasst, rollt das Auge schneller und ist mit Blut unterlaufen. Beim Nachdenken und Sorgen um etwas ist es ruhig und starr und sozusagen mit dem Geiste angespannt, während es in der Erholung und beim Ausruhen der Seele sich ebenfalls ausruht und schlaff wird. Ja gut, ob das jetzt nur mit den Fünf Sinnen und den Fünf Städten zusammenhängt, sei mal dahingestellt, sonst ist die Anordnung, wie sie hier berichtet wurde, jetzt auch nicht so weit hergeholt. Einem nahenden Freunde kündigt es vorher das Gefühl des Wohlwollens an, durch ruhigen und heiteren Blick. Wenn es aber ein Feind ist, dann zeigt es die missvergünstigte Stimmung der Seele. Bei verwegenem Wesen springen und eilen die Augen voran. Bei schüchternem dagegen bleiben sie ruhig und sanft. So kann man kurz sagen, dass das Auge mit höchster Kunstfertigkeit als ein Abbild der Seele geschaffen ist, dass es wie in einem Spiegel ein deutliches Bild von der Seele gibt, die von selbst ihrer Natur nach nicht sichtbar ist. Also der innere Zustand. Allein nicht nur in dieser Hinsicht überragen die Augen an Schönheit alle übrigen Sinne, sondern auch insofern die Tätigkeit der anderen im Wachsein. Denn die Untätigkeit im Schlafe darf man nicht in Betracht ziehen. Mangelhaft ist, denn wenn nicht irgendetwas von der Außenwelt sie in Bewegung setzt, bleiben sie in Ruhe. Während die geöffneten Augen in fortwährender und unerbrochener Tätigkeit sind und niemals überdrüssig werden, also auch damit beweisen, in welch inniger Beziehung sie zur Seele stehen. Nur ist die Seele immer in Bewegung und wach bei Tag und Nacht. Den Augen aber, die ja größtenteils körperlicher Natur sind, ist die vollkommen hinreichende Gabe verlieren, während der Hälfte der ganzen Lebenszeit die ihnen zukommende Tätigkeit auszuüben. Was? Die Hälfte? Also ich schlafe keine zwölf Stunden. Aber gut, damals hat man wahrscheinlich noch ein bisschen anders gezählt. Ja, halber Tag die Nacht, halber Tag der Tag. Das ist die Hälfte. Wahrscheinlich Mittagsschlaf wird noch mitgezählt hier. Keine Ahnung. So, Kapitel 30. Was aber der wichtigste Nutzen der Augen ist, soll nunmehr gesagt werden. Für das Sehvermögen allein unter allen Sinnen hat Gott das Licht hervorgebracht, das unter den existierenden Dingen das Schönste ist und zuerst in der Heiligen Schrift schön genannt wurde. 1. Mose 1, 4. Das Licht ist aber zweifacher Natur. Das eine entsteht aus dem für unseren Gebrauch bereiteten Feuer. Es ist ein Vergängliches aus Vergänglichen und unterliegt dem Erlöschen. Das andere hingegen ist unverlöschbar und unvergänglich. Es kommt von oben, vom Himmel, zu uns herab, indem jedes Gestirn wie aus ewig spulner Quellen Lichtstrahlen entsendet. 2. Mit beiden Arten verbindet sich der Gesichtssinn und mit beider Hilfe gelangt er zu deutlicher Wahrnehmung alles Sichtbaren. Sollen wir nun noch weiter versuchen, mit Worten die Augen zu preisen, da doch Gott ihren wahren Ruhm am Himmel durch die Gestirne verkündigt hat? Denn weswegen ist das Licht der Sonne, des Mondes, der anderen Planeten und der Fixsterne geschaffen worden, wenn nicht für die Tätigkeit der Augen zum Zwecke des Sehens? 3. Mit Hilfe des Lichtes also, dieser schönsten aller Gaben, betrachteten sie alles in der Welt. 4. Dass die Augen des Lichtes bedürfen, um zu sehen, lehrte Aristoteles. 5. Die Erde pflanzen Tiere, Früchte, die Meeresfluten, die Quellflüsse und die Gießbäche und die verschiedenen Quellen, die teils kaltes, teils warmes Wasser hervorfließen lassen, die Beschaffenheit aller Dinge, die in der Luft existieren. 5. Denn unzählige und nicht mit Worten zu umfassende Formen gibt es, und schließlich den Himmel, der in Wahrheit als eine Welt in der Welt geschaffen ist. Ja, ja, und nicht schlecht. 6. Und alle Herrlichkeiten und göttlichen Wunderwerke am Himmel, welcher andere sind, kann man sich wohl rühmen, so weit vordringen zu können. 31. Aber lassen wir die Senne, die an ihren Krippen das uns eingepflanzte Tier die Begierde mästen, den Geschmackssinn, den Geruchssinn, den Tastsinn. Betrachten wir den Gehörsinn, der sich das Wort zu eigen macht. Sein angespannter und vollendester Lauf macht Halt an der die Erde umgebende Luft. Wenn heftige Stürme und Donnerschläge großen Lärm und mächtiges Getöse erscheinen lassen. Die Augen aber gelangen in einem Augenblick von der Erde in den Himmel und zu den Enden des Weltalls nach Osten und Westen. In den Norden und Süden und dort angekommen, ziehen sie den Geist an die Erscheinungen heran. Das er sie denkend betrachte. Der Geist aber bleibt nicht untätig, nachdem er den gleichen Eindruck empfangen hat, er erhält, da er wach und immer in Bewegung ist, von dem Gesichtssinn die Anregungen, das Reingeistige schauen zu können und geht bald zu der Untersuchung über, ob jene Erscheinungen unerschaffen, ewig, sind oder ob sie einen Entstehungsanfang gehabt haben, ob sie unbegrenzt oder begrenzt sind, ob es eine oder mehrere Welten gibt, ob die vier Elemente allen Dingen zugrunde liegen, oder ob der Himmel und die in ihm befindlichen Dinge von besonderer Natur sind und eine göttlichere Substanz erhalten haben, nicht dieselbe wie die übrigen Dinge, und wenn nun die Welt geschaffen wurde, durch wen sie geschaffen ist, wer ihr Schöpfer nach Wesenheit und Beschaffenheit war, in welche Absicht er sie gemacht hat und was er jetzt tut und was für ein Leben er führt und was sonst alles ein außergewöhnlicher und immer denkender Geist zu ergründen pflegt. Dieses und Ähnliches gehört zu den Aufgaben der Philosophie. Daraus folgt, dass Weisheit und Philosophie ihren Anfangspunkt von nichts anderem in uns genommen haben als von dem Führenden der fünf Sinnen, den Gesichtssinn, den Gott auch allein im Bereich des Körperlichen rettend, entzog, während er die vier anderen schlechter stellte, denn diese wurden dem Fleische und den Regungen des Fleisches untertan. Jener aber erhielt die Fähigkeit, den Nacken zu strecken und zu schauen und andere Freuden aufzusuchen, weit bessere als die leiblichen Genüsse, aus der Betrachtung der Welt und ihres Inhalts. Vergleiche über die Weltschöpfung, blablabla, Gedanke stammt von Plato. Angemessen war es demnach, dass einer von den fünf Sinnen, wie eine Stadt aus einem Fünf-Städte-Verbande, der Gesichtssinn einer besonderen Ehre teilhaftig wurde und bei der Vernichtung der anderen erhalten blieb, denn er bewegt sich nicht wie jene bloß und die vergänglichen Dinge herum, er trachtet vielmehr zu den unvergänglichen Wesen zu gelangen und freut sich an ihrer Betrachtung. Deshalb bezeichnet die Heilige Schrift diese Stadt sehr gut als klein und nicht klein. Philo nimmt hier keine Rücksicht darauf, dass die Worte der Septor Ginter über die gerettete Stadt, 1. Buch Mose 19, 20, ein Fragesatz, was ein Fragesatz sind? Nun gut, indem sie damit auf den Gesichtssinn hindeutet, klein und er genannt, weil er nur ein kleiner Teil von uns ist, groß, weil er großes, erstrebt und eifrig danach verlangt, den ganzen Himmel und die ganze Welt zu betrachten. Ja, das ist hier im Hebräischen, wenn man das liest, es fragt ihr ja, Lot, die Engel, meines Erachtens, oder den Engel, darf ich nicht zu dieser Stadt hin, ist sie nicht klein? Also zu der Kleinen dort, ist sie nicht klein? Also er hat das nochmal verdeutigt, dass es doch so klein ist, diese Stadt kann man doch retten, da muss man doch erst nicht Feuer und Späbel vom Himmel fallen lassen. Ja, so tut er hier aus dem Griechischen das doch etwas anders darstellen. Welche klein ist wahrscheinlich sowas hier? Ja, im Griechischen steht er auch. Genau, Kapitel 32. Über die Erscheinung der Engel und über die gerühmte vortreffliche Bewirtung, wobei der Gastgeber zu bewirten schien und eigentlich bewirtet wurde, haben wir in gründlicher Erörterung der Stelle, soweit es uns möglich war, gesprochen. Okay, über die Erscheinung Engel, ja, waren es denn jetzt Engel oder nicht Engel? Jetzt ist das Kommentarwerk hier, die Engel, weil viele Leute haben doch gesagt, das ist hier der Herr und Gott, aber nicht der Seinde, der da zu Lot in die Stadt ging. Nun gut. Aber eine sehr bedeutsame Tat, die wert ist vernommen zu werden, dürfen wir nicht verschweigen, denn fast möchte ich behaupten, sie übertrifft alle gottgefällige Werke. Es soll jedoch nur das Hauptsächlichste darüber gesagt werden, ein ehelicher Sohn wird dem Waisen von seiner Gattin geboren, ein geliebter einziger Sohn, der mit allen Vorzügen des Körpers und der Seele ausgestattet war, denn er zeigte bald Tugenden eines reiferen Alters, sodass der Vater ihn mit großer Zärtlichkeit liebte, nicht nur aus natürlicher Zuneinung, sondern auch wie ein Sittenrichter aufgrund eines bestimmten Urteils. Ebenso beginnt Josefos Alter die Erzählung von der Opferung Isaac mit der Bemerkung, dass Isaac wegen seiner Tugenden die zärtliche Liebe seiner Eltern ganz besonders verdiente. Gut, darüber steht in der Bibel nichts drin, das sind halt Überlieferungen. In solcher Gesinnung erhielt er plötzlich und ganz unerwartet den göttlichen Befehl, seinen Sohn auf einem hochgelegenen Hügel weit von der Stadt drei Tagesreisen entfernt zu opfern, obwohl er nun mit unsagbarer Liebe an seinem Kind hing, wechselte er weder die Farbe, noch zuckte er in der Seele zusammen, ohne zu wanken, blieb er in einem festen und unerschüttlichen Glauben wie zuvor von der Liebe zu Gott beherrscht. Überwand er mit aller Kraft alle verwandtschaftliche Liebe und Zärtlichkeit, sagte keinem von seinem Hausleuten etwas, von dem göttlichen Auftrag, nahm aus seiner zahlreichen Liederschaft nur die zwei ältesten und ihm besonders ergebenen Hausklaven und zog mit ihnen und mit seinem Sohne wie zu einer der üblichen Opferhandlungen aus. Als er den ihm bestimmten Ort wie von einer Warte von Weitem erblickte, befiehlt er den Dienern, zurückzubleiben und gibt seinem Sohne das Feuer und das Holz zu tragen, da er es für angemessen hielt, dass das Opfer selbst mit denen zum Opfer nötigen Dingen beladen wird. Gut, das sind alles Interpretationen. Ob hier wirklich Abram mit klarem Geist dieser Opferung entgegeneilte, könnte ich mir auch vorstellen, weil das Neue Testament das auch ein bisschen unterstützt, aber ganz genau wissen wir es nicht. Eine nicht so schwere Bürde, denn nichts macht weniger Mühe als die Frömmigkeit, indem sie nun in gleichem Schritt nicht sowohl mit dem Körper als vielmehr mit dem Geister den kurzen Weg hinaufschritten, dessen Ziel ein frommes Werk war, langten sie an den befohlenen Orte an. So dann trug der Vater Steine zusammen, um ein Altar zu bauen. Der Sohn aber, der sah, dass alles andere, was zur Opferung gehört, bereit lag und nur kein Tier vorhanden war, blickte den Vater an und sprach, siehe, da ist das Feuer und das Holz, Vater, doch wo ist das Opfertier? Über solche Worte wird wohl ein anderer, der weiß, was er tun soll und es in seiner Seele verbirgt, ganz bestürzten Tränen ausgebrochen und hätte, wenn er auch schwieg, durch seine heftige Gemütsbewegung verraten, was geschehen sollte. In der Welt vermutlich, bei nicht Starkläubigen. Er aber erfuhr keine Erschütterung. Weder eine körperliche, noch eine seelische, mit festem Blick und festem Sinn antwortete er auf die Frage und sagte, mein Kind, Gott wird sich selbst ein Opfer ersehen, auch in weiter Einöde, wo ein solches, wie du vielleicht denkst, nicht zu finden ist. Denn wisse, Gott ist alles möglich, auch was bei den Menschen schwierig und unmöglich ist. Und während er dieses sagt, er griff errascht den Knaben, legte ihn auf den Altar, zog mit dem Rechten das Schwert und legte es an, um ihn zu töten. Aber Gott, der Retter, trat dazwischen und verhinderte die Tat durch eine Stimme vom Himmel, durch die er ihm befahl, innezuhalten und den Knaben nicht anzurühren. Zweimal rief er den Vater bei seinem Namen, damit er sich umwende und so abgelenkt und gehindert werde, die Opferung auszuführen. So wurde der Knabe gerettet, da Gott das Geschenk wieder zurückgab und so den Darbringer für seine fromme Hingebung belohnte. Dem Weisen wurden seine Tat, obwohl sie unvollendet blieb, als eine vollkommene und vollständige angeschrieben und verewigt, nicht nur in den heiligen Büchern, sondern auch in den Herzen ihrer Leser. Ja, er hat gehorsam dem Befehl ausgeübt, seinen Sohn zu opfern. Er hatte zwar andere Vorstellungen gehabt, was danach passiert. Im Neuen Testament sind es auch die Guten, die Toten auf Verstehung. Ja, aber er liebte Gott mehr als seine Kinder. Und ja, das hat er sich natürlich verdient gemacht, dass er dann dadurch in die Bücher natürlich eingegangen ist. Denn Schmähsüchtigen und Verleumdern freilich, die lieber alles zu tadeln als Loben pflegen, scheint diese Tat nicht so groß und bewundernswürdig zu sein. Da stimme ich zu. Da braucht es schon eine gewisse ich sag mal Gotterkenntnis und Bibelerkenntnis, um das alles nachvollziehen zu können. Ein Anfänger hat da wahrscheinlich immer Schwierigkeiten, die ganzen Dinge nachzuvollziehen. Warum ist das so? Gegen mir als Anfänger, als ich mit der Bibel zu tun hatte, ebenso. Wie wir sie schätzen. Sie sagen nämlich, dass auch viele andere überaus zärtliche und kinderliebende Eltern ihre Kinder hingegeben haben, um sie teils für das Vaterland zu opfern, als Sühne wegen eines Krieges oder wegen Trockenheit und Überschwemmung oder pestartiger Krankheiten, Teosos hergebrachter Frömmigkeit, wenn es auch keine wahre Frömmigkeit ist. Wenigstens hätten hoch angesehene Helenen nicht nur gewöhnliche Bürger, sondern selbst Könige keine Rücksicht auf ihre Kinder genommen und durch ihre Opferung große und zahlreiche Heeresmassen, die mit ihnen im Bunde waren, gerettet und die der Gegner bei dem ersten Angriff vernichtet. Ja, Menschenopfer waren, selbst in der Bibel hatten sie eine Wirkung gehabt zumindest, eine Wirkung, ja, gegenüber sündige Völker, so nenne ich das mal, hat eine Opferung immer eine Macht, die dadurch zustande kommt, Gott oder dem Teufel oder zumindest dem Menschen, der dem Teufel dient oder Gott dient, aber das wollen wir nicht weiter ausführen. Weiter, barbarische Völker hätten lange Zeit den Kindermord als heiliges und gottgefühl gefälliges Werk zugelassen, ein Frevel, an dem ihr auch der göttliche Mose erinnere, denn er macht ihnen Vorwürfe wegen dieser Gräueltat und sagt, dass sie ihre Söhne und Töchter ihren Göttern zu ihren verbrennen. 5. Mose 12, 31 Genau, laut der Bibel ist das kein gutes Werk, für Gott ist es kein gutes Werk, wenn Menschen so etwas machen. Aber wenn Menschen so etwas machen, kann der Teufel sich diese Dinge zu nutzen machen, um den Menschen zu dienen. Nicht Gott dient an den Menschen, sondern der Teufel dient an diesen Menschen. Wenn diese Opferungen, Menschenopfer, die Gott nicht wohlgefällig sind, von Menschen an sündigen Menschen vollzogen werden. Die indischen Gymnosophisten sollen bis zum heutigen Tage, wenn die langwierige und anheilbare Krankheit, das Greisenalter, sich einzustellen beginnt, denken wir an Deutschland von heute, bevor es sich stark geltend macht, einen Scheiterhaufen errichten und sich selbst verbrennen, auch wenn sie imstande sind, sich möglicherweise noch lange Jahre zu erhalten. Ja, eine Aufopferung gibt es heute ja auch. Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr selbstständig auf Toilette gehen, keinen Bock auf Pflegeheim und Hospiz, da bringe ich mich lieber um. Gibt es auch heute noch, wobei man das nicht als Opferung jetzt geistliche Art, seelische Art betrachten würde, sondern wahrscheinlich der Leidensentzug, der wahrscheinlich bevorsteht, darauf man keine Lust hat. Gymnosophisten hießen bei den Griechen die Brahmanen, die als Büßer und Einsiedler ein beschauliches Leben führten und oft freiwillig dem Leben entsagten. Auch Weiber, deren Männer gestorben, stürzten sich freudig in denselben Scheiterhaufen und ließen sich lebend mit den Leichnamen jener verbrennen. Gut, gibt es denn da nicht einfache Methoden wie vom Zugwerfen, muss man sich immer gleich lebendig verbrennen, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist, aber das macht das Opfer ja auf. Umso größer das Leid, umso mehr Macht hat das Ganze. Ja, mag sein, aber nun gut. Gut, dass wir, die wir die Bibel kennen, die Dinge doch ein bisschen anders betrachten. Die indische Sitte der Witwenverbrennung war zu viel Zeit aus den Berichten des Megasthenes und anderer griechischer Historiker bekannt. Diese, die in hohem Maße den Tod geringschätzten und nach ihm verlangen, wie nach Unsterblichkeit und ihm entgegenrennen, könne man wirklich wegen ihres Wagemuts bewundern. Ja, natürlich, Opferbereitschaft ist immer erst mal was Gutes, ob es hätte sein müssen in vielerlei Fällen, sei mal dahingestellt. Fiedel 34. Weshalb also sollte man jenen Abraham preisen, als ob er eine völlig neue Tat zuerst vollbracht hätte, da doch sowohl gewöhnliche Leute als auch Könige und ganze Völker sie zu Zeiten vollbringen. Auf solchen scharfen Tadel habe ich Folgendes zu erwidern. Von denen, die ihre Kinder opfern, tun es die einen aus Grund einer bestehenden Sitte, wie man es von einigen Barbaren sagt, die anderen aus unangenehmen und wichtigen Gründen, wenn Staaten und Länder glauben, auf andere Weise sich nicht helfen zu können. Einige von diesen geben ihre Kinder notgedrungen hin, weil sie von den Mächtigen dazu gezwungen werden. Andere, weil sie nach Ruhm und Ehre und nach einem guten Namen bei der Mit- und Nachwelt streben. Die Menschen, nun die aufgrund einer Sitte opfern, tut augenscheinlich nichts Großes, eine eingewurzelte Sitte ist oft einer Naturanlage gleich, so dass sie sich selbst oder Trägliches leicht ertragen lässt und auch ein Übermaß von Schrecklichen mildert. Jene aber, die aus Furcht ihre Kinder hingeben, verdienen kein Lob, denn Lob gebührt nur freiwilliger Pflichterfüllung, was aber ungern geschieht, wird anderen Ursachen zugeschrieben, entweder gewissen Zeitumständen oder Zufälligkeiten oder vom Menschen aus gibt einen Zwang. Wenn aber jemand aus Ruhmsucht einen Sohn oder eine Tochter hingibt, so darf er wohl mit Recht eher getadelt als gelobt werden, da er mit dem Tode der von ihm am meisten geliebten Ehre erkaufen will, die er vielmehr, wenn er sie besitzt, zum Heile seiner Kinder preisgeben müsste. Zu untersuchen wäre also, ob Abraham durch irgendeine der genannten Ursachen bewogen seinen Sohn opfern wollte, ob einem Brauche zufolge oder aus Ehrgeiz oder aus Furcht. Einem Brauch Kinder zu opfern kennt Babylon und Mesopotamien und das Chaldea-Volk nicht. Wo er aufgewachsen war und längere Zeit geliebt hat. Sodass man etwa annehmen könnte, er sei von einer durch den fortwährenden Anblick solcher Gräueltaten ziemlich abgestumpften Vorstellung des Schlimmeren beherrscht gewesen. Aber auch Furcht vor Menschen war es nicht, denn von dem ihm allein erteilten göttlichen Befehl wusste ja niemand. Auch hatte sich kein allgemeines Unglück ereignet, dessen Abwendung durch die Opferung des ausgezeichneten Sohnes herbeigeführt werden sollte. Oder trieb ihn das Verlangen nach dem Lob der Menge zu seiner Tat? Was für ein Lob war denn in der Wüste zu erlangen? Da doch niemand zugegen war, der ihn hätte rühmen können, da er sogar die zwei Diener absichtlich in einer Entfernung zurückgelassen hatte, damit er es nicht den Anschein habe, als ob er prahlen, was ich brüsten wolle, wenn er Zeugen seiner fromen Tat mitbrachte. Kapitel 35 Mögen sie also ihren zügellosen und schmiersüchtigen Mund verschließen und ihren Neid und Hass gegen das edle Mäßigen und nicht die Tugenden der Männer verunglimpfen, die trefflich gelebt haben und die darum durch Lob ausgezeichnet werden müssten. Dass jene Tat aber wirklich lobenswert und bewundernswürdig ist, kann man aus vielen Umständen leichter sehen. Zunächst ließ er sich den Gehorsam gegen Gott bei der bei allen verständlich denkenden Männern für wichtig und bedeutsam gilt als ganz besonders sein, angelegen sein, sodass er jedes Gebot stets ohne Widerwillen und Missvergnügung beobachtete, selbst wenn es viel Mühe und Beschwerden brachte. Daher trug er auch das, was ihm hinsichtlich seines Sohnes geboten war. Sehr wacker und standhaft, so ist es. Und da es in seinem Vaterlande nicht wie bei einigen Völkern Sitte war, Menschen zu Opfern, ein Brauch, der durch längere Dauer die Vorstellung der Schrecklichen abzuschwächen pflegt, so sollte er zunächst mit einer ganz neuen ungewöhnlichen Sache den Anfang machen, die meines Erachtens niemand auf sich genommen hätte, selbst wenn seine Seele mit Eisen oder Stahl gepanzert wäre. Denn, wie einer sagt, mit der Natur zu kämpfen, ist eine schwere Aufgabe. Woher Philo dieses Zitat hat, ist nicht bekannt. Einen echten Sohn hatte er erzeugt. Nur diesen eben besaß er und echt war das Gefühl der Liebe zu ihm. Er übertraf alle Beispiele von ernster Neigung und Freundschaft, die eine Berühmtheit erlangt haben. Hinzu kam noch als mächtiger Beweggrund zur Liebe der Umstand, dass er den Sohn nicht im kräftigen Mannesalter, sondern im Greisenalter gezeugt hatte. Denn in die spätgeborenen Kinder sind die Eltern beinahe rasend verliebt. Entweder weil sie lange Zeit ihre Geburt ersehnt haben oder weil sie auf andere Kinder nicht mehr hoffen, da die Natur hier gleichsam an der äußersten und letzten Grenze Halt macht. Dass nun jemand aus einer reichen Kinderschar eins Gott hingibt, gleichsam als ein Erstlingsopfer von Kindern, wäre nicht so widersinnig, da er in der Freude an den Lebenden einigermaßen Trost und Linderung findet für den Schmerz über das Geopferte. Größeres aber, als mit Worten ausgedrückt werden könnte, vollbringt einer, der den einzigen geliebten Sohn, den er hat, darbringt, der ein solcher sich nicht dem väterlichen Gefühl hingibt, sondern ganz und gar von der Liebe zu Gott leiten lässt. Jene Tat ist also ganz außergewöhnlich und ward eben nur von ihm Abraham vollbracht. Denn wenn die anderen zur Rettung des Vaterlandes oder eines Heeres ihre Kinder hingehen, damit sie geopfert werden, blieben sie entweder daheim wie andere die Opferung vollziehen. Abraham aber begann wie ein Priester selbst die Opferhandlung der zärtlichste Vater an dem allen ausgezeichneten Sohne vielleicht hätte er gar dem Opfer Gesetze gemäß vergleich der Mose 1,6 unter anderem bei der Opferung seinen Sohn in Stücke zergliedert. Ja, wer weiß, ob diese ganzen Gesetze schon alle bekannt waren, wie man Tiere opfert, aber nein, es wäre angeblich gar weihte er seine Seele der Heiligkeit und kümmerte sich dabei wenig um das verwandtschaftliche Blut. Was hat also das von Abraham Gesagte mit den anderen zu tun? Was ist hier nicht außerordentlich und über jedes Lob erhaben? Daher kann wenigstens der nicht von Natur neidische und boshafte die überaus große Frömmigkeit anstauen und bewundern, wenn auch nicht alles, was ich gesagt habe, so doch wenigstens einen Teil von allen sich zum Herzen nehmen. Denn schon die Vorstellung eines Gedankens in irgendeiner unbedeutenden Form unbedeutend ist aber keine Tat des Weisen, ist geeignet, die Größe und Hoheit seiner Seele zu veranschaulichen. Allein dürfen nicht die bei dem buchstäblichen Wiedergabe des erzählten Begebnisses stehen bleiben. Vielmehr ziemt es sich auch noch den der Menge verhüllten Sinn zu zeigen, den nur die kennen, die das Geistige von dem Sinnlichen bevorzugen und es zu schauen im Stande sind. Dieser verborgene Sinn ist aber der folgende. Der Geopfert werden sollte, heißt Chaldeisch Isaac. Wenn aber der Name griechisch übersetzt wird, bedeutet er das Lachen. Und Lachen wird aber hier nicht der beim Scherzen entstehende körperliche Zustand verstanden, sondern die Heiterkeit und Freude der Seele. Diese, so heißt es, muss der Weise Gott opfern und ergibt damit durch ein Sinnbild die Lehre, dass die Freude Gott allein zukommt, denn das menschliche Geschichte ist trübselig und ängstlich, sei es, dass ein Unglück da ist oder erwartet wird, so dass es entweder über gegenwärtige unangenehme Dinge Qual empfindet oder in Unruhe und Furcht vor allein vollkommene Glückseligkeit genießt. Dem nun, der dieses aufrichtige Bekenntnis ablegt, gibt Gott, der ja seinem Wesen nach gütig und menschenfreundlich ist und Neid von sich fernhält, billigerweise das Geschenk zurück, soweit der Empfänger Aufnahmefähigkeit besitzt und spricht zu ihm entweder folgendermaßen, dass im Allgemeinen Freude und Heiterkeit nur mir, dem Allvater gehört und keines anderen Besitzertum ist, weiß ich wohl, aber wenn ich sie auch allein besitze, so gönne ich sie doch auch denen, die wert sind, sie zu genießen. Wer aber ist ihrer wohlwürdig außerdem, der mir und meinem Willen folgt? Ihnen wird Verdruss und Furcht am wenigsten treffen, wenn er diesen Weg geht, der den Leidenschaften und Lastern unzugänglich ist, der nur von den heiteren Stimmungen und von den Tugenden begangen wird. Ah, da findet man sich irgendwie wieder, aber gut, wir sind auch nicht alle gleich. Natürlich ist hier biblisch gesehen natürlich der Hintergrund eher der, dass Gott sagt, nein, ich werde meinen Sohn opfern und die Menschen werden ihre Söhne opfern. Ja, auch wenn die Menschen das gerne machen würden, den Preis bezahlen, wer bin ich, ich würde es erst recht machen und so hat ja auch Gott seinen Sohn geopfert, das ist in der Geschichte da eigentlich verankert und nicht das, was hier der Philo hinaus deuten möchte. Niemand aber glaube, dass die reine und mit keinem Schmerz gemischte Freude vom Himmel zur Erde niedersteigt. Hier ist vielmehr aus beiden Empfindungen gemischt, aber so, dass die bessere überwiegt. Ebenso ist ja auch das Licht am Himmel ungemischt und frei von aller Dunkelheit. In der sublunaren Welt aber auf Erden erscheint es mit der dunklen Luftschicht gemischt. Aus diesem Grunde hat auch, wie mir scheint, die nach der Tugend benannte Sarah, die vorher gelacht hatte, dem Fragenden gegenüber ihr Lachen geleugnet. 1. Mose 18, 15, weil sie nämlich fürchtete, dass sie die Freude, die keines Erdgeborenen, sondern nur Gottes Eigentums ist, sich widerrechtlich aneignete. Darum beruhigt sie das Gotteswort, das zu ihr spricht, fürchte dich nicht, du hast wirklich gelacht und du hast Anspruch auf Freude. Denn nicht ließ der Allvater es zu, dass das Menschengeschlecht nur von unheilbaren Schmerzen, Leiden und Beschwerden verfolgt werde, er mischte etwas von der besseren Substanz hinein und wollte, dass die Seele einst ruhig und heiter werde. Die Seele der Weisen aber soll nach seinem Willen sogar den größten Teil ihrer Lebenszeit an den Wundern der Welt sich erfreuen und ergötzen. So, 37 So viel sei über die Frömmigkeit des Mannes gesagt, obwohl noch eine große Menge von anderen Beweisen vorhanden ist, aber wir müssen auch sein freundliches Benehmen den Menschen gegenüber untersuchen. Denn es gehört zu derselben Naturanlage fromm und menschenfreundlich zu sein. Bei demselben Menschen findet man gewöhnliches beides Frömmigkeit gegen Gott und Gerechtigkeit gegen den Mitmenschen. Alle seine Taten nun durchzugehen würde zu weit führen. Es genügt wohl zwei oder drei zu erwähnen. Obgleich er sehr reich an Silber und Gold war und zahlreiche Vierherden besaß, obgleich er mit den eingeborenen Bewohnern die hinreichenden Besitz hatten hinsichtlich des Vermögens wetteifern konnte und reicher geworden war als es Ansiedler gewöhnlich sind, so wurde er doch von denen, die ihn in ihrer Mitte aufgenommen hatten, niemals getadelt, sondern stets von allen, versuchte er in Ruhe und zu schlichten, da er bei seinem ernsten Charakter alle Streitsucht, Unruhe und Zwietracht verabscheute und aus seiner Seele verbannt hatte. Und es ist kein Wunder, dass er so gegen die Fremden war, die sich vereinigt und mit stärkerer und mächtiger Hand gegen ihn gewährt hätten, wenn er Streit angefangen hätte, denn auch in seinem Benehmen gegen die, geringeren Besitz hatten, zeigte er das richtige Maß und zog freiwillig den Kürzeren, wo er sich Vorteile verschaffen konnte. Er hatte nämlich einen Brudersohn, der mit ihm gezogen war, als er die Heimat verließ. Er war ein unzuverlässiger, unentschiedener Mensch, der hin und her schwankte, bald sich einzuschmeicheln, suchte mit freundlichen Liebkosungen, bald störrig und widerspenstig war in Folge seines ungleichmäßigen Wesens. Okay, das sind reine Thesen, da steht so in der Bibel nicht deutlich. Hier geht's um Lot. Daher war auch seine Dienerschaft streitsüchtig und unruhig, da sie keinen Herrn hatte, der sie zur Besonnenheit mahnte. Und am meisten seine Hirten, die von ihrem Herrn weit entfernt waren, sich freifühlend entzweiten sie sich aus Rechthaberei mit den Hirten der Weisen, weiter, indem sie ihrem Gräuel sich hingaben und die Unversöhnlichkeit in ihrem Herzen nährten, bis sie die von ihnen angegriffenen zwangen, sich zu Wehr zu setzen. Der Streit war schon sehr heftig geworden, da hörte der Weise von dem Zusammenstoß und in der Erkenntnis, dass seine Schah an Zahl und Kraft überlegen sei, ließ er den Streit nicht bis zu entscheidenden Kampfe kommen, damit mit seinem Brudersohn über die Niederlage seiner Leute sich nicht betrübt, er trat dazwischen und versöhnte die Streitenden mit friedlichen Worten und zwar nicht nur für den Augenblick sondern auch für die Zukunft denn da er wusste, dass Leute, die zusammenwohnen und an dem selben Ort leben, wenn sie verschiedener Meinungen sind, immer vor Zwistigkeit und Kämpfe gegeneinander erregten, so hielt er es, damit dies nicht wieder geschehe, für vorteilhaft das Zusammenleben aufzugeben und getrennt zu wohnen. Er ruft seinem Brudersohn herbein, überlässt ihm die Wahl des besseren Landes, gern gestattet er ihm, sich den Teil zu nehmen, den er sich auswählen würde, denn den Frieden zu gewinnen schien ihm der größte gewinn. Welcher andere würde wohl, wenn er der stärkere ist, einen schwächeren Platz machen? Wer würde, wenn er siegen kann, lieber den Kürzeren ziehen und wollen nicht in seiner Macht Gebrauch zu machen? Nur dieser Weise erblickte das Beste nicht in der Stärke und in der Überlegenheit, sondern in seinem Stillen und soweit es ihm lag ruhigen Leben, daher gewann er auch augenscheinlich die Bewunderung aller. Kapitel 38 Wir haben nun die lobende Darstellung der Heiligen Schrift, insofern es sich um den Menschen handelt, nach ihrem Wortsinn betrachtet, da aber nach denen, die außer dem buchstäblichen Sinn einen geistigen Allegorischen annehmen, zu gleichseeligen Erscheinungen darin ausgedrückt sind, so dürfe er angemessen sein, auch diese zu untersuchen. Solche gibt es unzählige, die aus unzähligen Gründen in Handlung mannifaltiger Art vorkommen, hier sollen aber nur zwei beurteilt werden, von denen, die eine älter, die andere jünger ist, die ältere hält das seiner Natur nach Erste und Herrschende in Ehren, die jüngere das Untertänige und was das Letzte gelten muss. Älter sind nun und zum Herrschen berechtigt die Einsicht, die Besonnenheit, die Gerechtigkeit und die Tapferkeit, soweit alles, was zur Tugend gehört, und aller tugendhaften Handlungen, Jünger dagegen, Reichtum, Ruhm, Herrschaft und Adel, nicht der wahre, sondern der, den die Menge dafür hält und alles Übrige, was sich nach der seelischen und körperlichen Güter in den dritten Rang einnimmt, der zugleich der Letzte ist. Viele unterscheidet wie aus Totelist drei verschiedene Güterklassen, seelische Güter, die Tugenden, körperliche Güter, Gesundheit, Schönheit, Stärke und die äußeren Güter, Reichtum, Ehre, Ruhm, edle Abstammung. Die Geringschätzung der äußeren Güter ist besonders stoische Anschauung. Jeder dieser beiden Charaktere hat gewisserweise Herden im Besitz. Der eine, der nach den äußeren Gütern verlangt, hat Silber, Gold, Gewänder, überhaupt alles, was zum Reichsein gehört, ferner Waffen, Kriegsmaschinen, Kriegsschiffe, Reiterei und Fußvolk und Seemacht und Mittel zur Herrschaft, durch die die Macht gesichert wird. Der andere, der das sittliche Gute liebt, hat dies zu jeder Tugend gehörige Grundsätze und die Lehren der Weisheit selbst. Über beide sind Aufseher gesetzt, sowie Hirten über Herden. Die Aufseher der äußeren Güter sind die Streber nach Geld und Ruhm, nach Feldherrenwürde und nach Herrschaft über die Volksmassen. Die Aufseher der seelischen Güter sind alle, die die Sittlichkeit und die Tugend lieben, die nicht die unechten Güter den Echten, sondern die Echten den Unechten vorziehen. Es entsteht nun ein natürlicher Streit zwischen ihnen, da sie in keiner Sache derselben Meinung sind, sondern stets über die wichtigste Angelegenheiten im menschlichen Leben miteinander uneins sind und streiten, nämlich über die Schätzung der wahren Güter. Eine Zeit lang hat die Seele gekämpft und diesen inneren Aufruhr durchgemacht, da sie noch nicht völlig geläutert war und ihre Leidenschaften und Krankheiten und das Übergewicht hatten über die gesunden Gedanken. Sobald sie jedoch anfängt mächtiger zu werden und das Bollwerk der entgegengesetzten Meinung mit stärkerer Kraft zu zerstören, bekommt sie Flügel und wird von mutiger Gesinnung erfüllt und sondert die Sinnesart in ihr, die die äußeren Mittel bewundert, ganz aus und verabschiedet sie und sagt, als ob sie sich mit ihr mit einem Menschen unterhielte, du kannst unmöglich mit dem Freude der Weisheit und Tum zusammenleben und verbunden sein, gehe also wandere weiter und entferne dich, da du keine Gemeinschaft mit ihm hast und sie auch nicht haben kannst, denn alles, wovon du glaubst, dass es rechts liegt, das liegt seiner Meinung nach links, und was dir hingegen links erscheint, das hält er für rechts. Kapitel 39 Aber nicht bloß friedlich und Gerechtigkeit liebend war der Weise, sondern auch tapfer und kriegstüchtig. Nicht des Kampfes wegen, denn er war nicht streitsüchtig und zänkrig, sondern um für die Zukunft den Frieden zu sichern, den die Gegner störten. Ein deutlicher Beweis dafür sind die vollenden Tatsachen. Erste Buch Mose, Kapitel 14 Den östlichen Teil der Erde besaßen vier große Könige, denen die östlichen Völker untertan waren, die jenseits und diesseits des Euphrat wohnten. Während nun alle übrigen ruhig und den Befehlen ihrer Könige gehorsam blieben und unverweigerlich ihren jährlichen Tribut zu halten, begann das Land der Sodomiter allein, bevor es vom Feuer vernichtet wurde, den Frieden zu brechen. Da es schon lange auf Empörung sahen, über dieses sehr glückliche Land herrschten nämlich fünf Könige, die unter sich die Städte und das Land verteilt hatten, und zwar nicht sehr groß, aber gras- und baumreich und sehr fruchtbar war. Denn was anderen die Größe bietet, das gewährte dem Land Sodom die Fruchtbarkeit, weshalb es auch mehrere Herrscher gleichsam als Liebhaber hatte, die seine Schönheit bewunderten. Diesen hatten nun bisher die befohlenen Abgaben den Steuererhebern entrichtet, da sie die mächtigeren Könige, deren Stadthalter sie waren, zugleich achteten und fürchteten. Nachdem sich aber an dem Guten gesättigt hatten und die Sättigung wie gewöhnlich Übermut erzeugte, Sättigung erzeugt Übermut, ein altes griechisches Sprichwort, das zuerst aus einem Gedicht Solon zitiert wird, bekamen sie zu großer Zutrauen zu ihrer Macht und warfen zunächst das Joch ab, dann erhoben sie sich wie schlimme Sklaven gegen ihre Gebieter im Vertrauen auf die ausbrechenden Aufruhr und auf ihre Stärke, aber jene waren ihre Adels eingedenk und zogen, da sie sich mit größer Macht gerüstet hatten, mit großer Geringschätzung gegen sie in der Überzeugung, dass sie beim ersten Angriff siegen werden und als sie mit ihnen zusammenstießen, schlugen sie einen Teil in die Flucht, einen anderen töteten sie auf der Flucht und vernichteten die kriegsfähige Mannschaft, schleppten auch einige große Gefangene fort, verteilten diese unter sich mit der übrigen Beute, auch den Brudersohn des Weisen führten sie fort, der unlängst in eine der fünf Städte übergesiedelt war. Kapitel 40 Als dies von einem aus der Schlacht in Rond in dem Abraham gemeldet wurde, war er sehr betrübt und konnte in seinem Schmerz nicht ruhig bleiben. Er beklagte den Lebenden noch mehr, als wenn er seinen Tod erfahren hätte, denn er wusste, dass der Tod, wie schon das Wort besagt, die griechische Worte für Tod und Ende gehören zu demselben Stamm, Wortstamm. Das Ende aller und zumal der bösen Lebensschicksale ist, das dagegen sehr viel unangenehm den Lebenden droht. Als er sich aber anschickte, die Verfolgung aufzunehmen, um den Brudersohn zu retten, fehlte es ihn an Bundesgenossen, da er ja ein Fremdling und Ansiedler war und niemand den Mut hatte, der unwiderstehlichen Truppen macht, so viele Könige, die eben gesiegt hatten, entgegenzutreten. Das ist eine reine Vermutung, ob jetzt Abraham Hilfe suchte oder ob nicht vorher schon Abraham mit diesen Völkern im Bund getreten ist und zusammen mit ihnen ausgerückt ist. Aber er fand eine neue Art von Bundesgenossenschaft, denn Hilfe findet sich in der Hilflosigkeit, wenn man sich zu gerechten und edlen Werken gedrängt fühlt. Er versammelte nämlich seine Dienerschaft und befahl, den für Geld gekauften Sklaven zu Hause zu bleiben, denn er fürchtete ihre Davonlaufen, die im Hause Geborenen dagegen musterte er aus und teilte sie in Abteilungen von ihr 100 Mann und rückte in drei Reihen vor, obwohl er nicht auf diese sein Vertrauen setzte, denn er war nur ein geringer Bruchteil der Heeresmassen der Könige. Gut, das ist auch eine Thesen Überlieferung wahrscheinlich, weil das steht in der Bibel nicht drin, wie die da gekämpft haben. Drei Reihen oder so. Sondern auf Gott, den Beschützer und Vorkämpfer des Gerechten, mit der größten Schnelligkeit eilte er vorwärts und ließ nicht nach, bis er den rechten Augenblick anpaßte und bei Nacht über die Feinde herfiel, die gerade ihre Amtmahlzeit eingenommen hatten und sich zur Ruhe begaben wollten. Einige tötete er auf ihrem Lager, andere sich ihm entgegenstellten, schlug er gänzlich nieder, über alle aber trug er einen starken Sieg davon, mehr durch die Kühnheit seiner Seele als durch Waffengewalt. Und nicht eher ließ er ab, bis er das feindliche Herr samt den Königen gänzlich geschlagen vor dem Lager hingestreckt hatte. Ähnlich ausgeschmückt ist die Erzählung bei Josefus Altert. Nachdem Abraham beschlossen hatte, ihnen zu Hilfe zu kommen, zögerte er nicht, sondern zog Eilens heran und überfiel die Assyrier in der fünften Nacht. Er drang auf sie ein, bevor sie noch zu den Waffen greifen konnten und tötete die einen, die sich schon niedergelegt hatten, ohne dass sie merkten, was geschah. Die anderen, die noch nicht zur Ruhe gegangen waren, aber von Trunkenheit unfähig waren zu kämpfen, wandten sich zur Flucht. Abraham aber verfolgte sie, er lieferte den Beweis, dass der Sieg nicht von der Zahl der Menge der Streite abhängt, dass vielmehr der entschlossene Mut und die tapfere Gesinnung der kämpfenden Mehrwert wiegt als die Zahl. Seinen Brudersohn aber führte er zurück und mit dem glänzenden und ausgezeichneten Sieg gewann er auch alle Pferde und deren Zugtiere in Menge und unermessliche Beute. Ihn sah bei seiner Rückkehr der große Priester des höchsten Gottes, siegekrönt und unversehrt mit seiner unversehnten Mannschaft, versehrten Mannschaft, denn keinen von seinen Begleitern hat er verloren. Und er staunt über die Größe des vollbrachten Werkes und mit Recht reden, was, Moment, redenken, Moment, das heißt anders, redenkennd und mit Recht redenkennd, das Wort sagt mir nichts, dass ihm dies nicht ohne göttlichen Rat und Beistand gelungen sei, streckte er seine Hände zum Himmel empor, ehrte ihn mit frommen Wünschen, brachte Siegesopfer da und bewirtete alle, die im Kampfe teilgenommen hatten, glänzte, da er sich mit ihnen ebenso freute wie über eigenes Glück und es war wirklich sein eigenes, denn gemeinsam ist nach dem Sprichwort das Besitztum der Freude, ganz besonders, dass der Guten, die das eine Ziel haben, Gott wohlgefällig zu sein. Das ist aber sehr wenig über Melchiseleki gesagt worden. Wurde wieder nur viel drum umrühr geredet, wahrscheinlich ist auch besser so, bevor man da zu viel Schwachsinn erzählt. Nun gut, Kapitel 41. So erzählt die Heilige Schrift dem Wortlaut nach, alle aber, die die Dinge unkörperlich und nackt sehen können und mehr ein seelisches als ein körperliches Leben führen, werden sagen, dass die vier von den neun Königen unsere vier Empfindungsvermögen, Lust, Begierde, Frucht, Furcht und Traurigkeit bedeuten. Die fünf übrigen unsere fünf Sinne, Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch und Tastsinn, denn sie regieren und beherrschen uns gewissermaßen und haben die Macht über uns. Aber nicht in gleicher Weise, denn die fünf sind den vieren Untertanen und zahlen ihnen gleichsam Tribut und notwendig von der Natur festgesetzte Abgaben aus dem nämlich, was wir sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, gehen Schmerz und Lust, Furcht und Begierde hervor, da keiner dieser Empfindungen von selbst entstehen kann, wenn ihr nicht die Anlässe dazu durch die Sinne geboten werden. Diese sind die wirkenden Kräfte der Empfindungen entweder mit Hilfe von Farben und Formen oder durch Töne beim Sprechen und Hören oder durch Schmecken oder durch Düfte oder durch Berührung von Gegenständen, die weich und hart oder rau oder glatt oder warm oder kalt sind. All diese Dinge werden einem jeden der Affekte durch die Sinne zugeführt. Und solange die erwähnten Abgaben entrichtet werden, besteht unter den Königen das Bündnis, wenn sie aber nicht mehr gezahlt werden, entsteht sofort Unruhen und Kämpfe. Das geschieht, wie es scheint, wenn das schmerzreichende Greisenalter kommt, wo die Empfindungen nicht schwächer werden, sondern womöglich noch stärker als früher, wohingegen die Augen trübe, die Ohren schwerhörig und ebenso alle übrigen Sinne stumpfer werden und nicht mehr in gleicher Weise alles genau unterscheiden und beurteilen und daher nicht dasselbe wie früher den Affekten leisten können. Natürlich werden sie, wenn sie in jeder Hinsicht schwach geworden und schon von selbst dem Sinken nahe sind, leicht von den gegnerischen Empfindungen niedergeworfen. Ganz ihrer Natur entsprechend heißt es in der Heiligen Schrift, Erste Bobo Mose 14, 10, dass zwei von den fünf Königen in Brunnen fielen, die drei anderen die Flucht ergriffen. Den Tastsinn und Geschmack, ob das so wörtlich da drinsteht, in der Bibel bin ich mir gar nicht mehr so sicher, den Tastsinn und Geschmack dringen in das tiefste Innere des Körpers ein und übermitteln den Eingeweinten, was in ihrem Bereich gehört, während Augen, Ohren und Geruchs sind meistens nach außen wandern und der Knechtschaft des Körpers entfliehen. Ihnen allen setzt der Weise nach und nachdem er wahrgenommen, dass die früheren Bundesgenossen und Freunde leiden und das Krieg statt Frieden unter neun Mächten bestehe, weil nämlich die vier mit den fünf um die Herrschaft dringen, passt er den rechten Moment ab und stürzt sich plötzlich auf sie, denn er ist eifrig bestrebt, die Demokratie, die beste der Staatsfassungen, Staat der Tyrannen und Dynastieherrschaften in der Seele herzustellen und Gesetz und Recht anstelle von Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit, die so lange geherrscht hatten. Das Erzählte ist aber keineswegs eine Fabeldichtung, sondern eine ganz untrügliche Tatsache, die wir in uns selbst wahrnehmen, denn oft bewahren die Sinne die Empfindungen gegenüber den Frieden und übermitteln ihnen die sinnlichen Gegenstände oft, aber sind die unwas aufrührig und wollen nicht mehr das Gleiche leisten oder können es nicht wegen der Anwesenheit der warnenden Vernunft. Sobald diese ihre Vollwaffenrüstung angelegt hat, nämlich die Tugenden und ihre Lehren und Grundsätze, also eine unwiderstehliche Macht, trägt sie einen starken Sieg davon, denn Vergängliches darf mit den Unvergänglichen nicht zusammenwohnen. Die neuen Mächte nämlich, die vier Effekte und fünf Sinne, Effekte sind vergänglich und Ursachen der Vergänglichkeit, die Vernunft aber, die sich auf die Tugenden stützt und wahrhaft heilig und göttlich ist, die auch in den Zehen, den vollkommensten Zahl, ihre Stellung hat. Die Vernunft steht als zehnte Macht der neuen Zahl, der fünf Sinne und die vier Effekte gegenüber. Über die zehn als vollkommenste Zahl, Vergleiche über die Weltschöpfung, begibt sich in den Kampf und besiegt alsbald die genannten Mächte Kraft ihrer stärkeren göttlichen Machtfülle. Okay, ein bisschen Philosophie hier noch. So, Kapitel 42. Einige Zeit später stirbt ihm die Treuung ganz vortreffliche Gattin, die viele Beweise ihrer Gattenliebe gegeben hat, bei der Trennung von den Verwandten, bei ohne Redenken, was? Ohne Redenken? Gedenken soll es wahrscheinlich heißen. Mal gucken, R und G liegen dicht beieinander auf der Tastatur. Der ohne Gedenken vollzungenen Auswanderung aus der Heimat, bei den fortwährenden und rasch aufeinander folgenden Wanderungen im fremden Lande, in den Entbehrungen, während der Hungersnot, in der Teilnahme an seinen Kämpfen. Denn immer und überall war sie dabei, an keinem Orte und zu keiner Zeit blieb sie zurück. Sie nahm wirklich Teil an seinem Leben und an allen Angelegenheiten seines Lebens, denn sie hielt es für ihre Pflicht, in gleicher Weise das Gute wie das Böse mit ihm zu teilen. Nicht ging sie, wie es manche Frauen tun, dem Missgeschick aus dem Weg und lauerte immer nur auf die Glückszustände. Sie nahm vielmehr beide Seiten des Menschenloses, wie es einer Gattin zukommt, und geziemt mit voller Bereitwilligkeit auf sich. Ah ja, gut, Kapitel 43. Ich konnte zwar viel, ich könnte zwar viel löbliches von der Frau erzählen, will aber nur eins erwähnen, was ein deutlicher Beweis auch für alles Übrige sein wird, 1. Mose Kapitel 16. Da sie kinderlos und unfruchtbar war, fürchtete sie, dass das gottgefällige Haus gänzlich ohne Nachkommenschaft bleiben könnte. Sie trat deshalb an ihrem Mann heran und sprach zu ihm, schon lange leben wir zusammen, wohlgefallen aneinander, aber Kinder segen, um dessen Willen wir selbst uns verbunden haben und die Natur der Vereinigung von Mann und Weib angeordnet hat, ist uns nicht zuteil geworden und auch in Zukunft bei mir, da ich schon zu alt geworden bin, nicht zu erwarten. Doch du sollst durch meine Unfruchtbarkeit keinen Schaden haben. Da du Vater werden kannst, sollst du dich aus Liebe zu mir nicht zurückhalten lassen, denn eifersüchtig würde ich nicht werden gegen eine andere, die du nicht aus unvernünftiger Begierde, sondern in Erfüllung einer notwendigen Naturgesetzes dir nehmen wirst. Darum will ich es nicht hinausschämen, dir die Braut zuzuführen, die dir das ersetzen soll, woran es mir gebricht. Und wenn meine Wünsche hinsichtlich des Kindersegens in Erfüllung gehen, so werden die Sprösslinge deine leiblichen Kinder sein und meine Adoptivkinder. Damit aber kein Gedanke an Eifersucht aufkomme, nimm dir, wenn du willst, meine Dienerin, die zwar in leiblicher Hinsicht eine Sklavin, aber von freier und edler Gesinnung ist, die ich in langer Zeit geprüft und erprobt habe, seit dem Tage, an dem sie zuerst in meinem Haus gebracht wurde, ihre Abstimmung nach eine Ägypterin, nach ihrer Anschauung aber eine Hebräerin. Das sind reine Vermutungen, das steht in der Bibel alles so nicht drin. Moment. Hier. Wir haben einen bedeutenden Besitz und großen Reichtum, nicht wie Ansiedler, denn wir übertragen schon die Eingeborenen, die sich in glänzenden Vermögensverhältnissen befinden. Aber kein Erb und Nachfolger hat sich eingefunden. Den können wir bekommen, wenn du meinen Rate folgst. Da merkt man schon, er hat hier nicht so große Ahnung von der Bibel, aber lassen wir das mal. Der Weise bewundert noch mehr die stets neue, jungfrische Gattenliebe seines Weibes und ihres Sinnen und ihr Sinnen und Sorgen für die Zukunft und nimmt die von ihr empfohlene Dienerin zu sich bis zur Geburt eines Kindes. Wie doch gründliche Erklärer meinen, nur bis sie schwanger wurde, nachdem sie es als bald geworden, habe er sich von ihr ferngehalten, sowohl infolge einer seiner natürlichen Enthaltsamkeit als auch aus Achtung gegen seiner Gatten. Das sind auch wieder reine Vermutungen. Ich würde sogar behaupten, es war wahrscheinlich nicht so gewesen, aber ja, typisch philosophisch. Nun gut, machen wir weiter. Damals also ward ihm ein Sohn von der Dienerin geboren, lange Zeit später aber ward ihnen, als sie die Hoffnung auf einen Kindersegen schon aufgegeben hatten, ein ehrlicher Sohn geboren, da der allgütige Gott ihnen für ihre Tugendhaftigkeit einen über alles erwartenden hohen Preis gewährte. Wahrscheinlich aus vielen Gründen, als nur den aufgezählten. 44. Diese Probe von den Verhalten der Frau möge genügend zahlreicher und die rühmlichen Taten des Weisen, von denen ich bereits einige erörtert habe, ich will aber auch noch sein Verhalten bei dem Tode der Frau erwähnen, worüber schweigend hinwegzusehen nicht recht wäre. Nachdem er nämlich eine solche Gefährtin seines ganzen Lebens, wie wir sie geschildert haben und die Heilige Schrift sie kennzeichnet verloren hatte, bezwang er wie ein Held den Schmerz, der sich seine bemächtigen wollte und in seiner Seele kämpfte. Er stärkte und kräftige die natürliche Gegnerin der Gefühle, die Vernunft, die er das ganze Leben hindurch zu Rat zog und der er jetzt ganz besonders folgen wollte. Da die, da die, was soll das heißen für den Buchstabe, das ist da die das beste und nützlichste empfahl, wie auch immer. Ihr Rat aber ging dahin, weder übermäßig zu jammern, wie über ganz neues oder nie dagewesenes Unglück, noch auch ganz empfindungslos zu bleiben, als ob nichts Schmerzliches sich eignet hätte, sondern den Mittelwegstand der beiden Extreme zu wählen und zu versuchen, den Schmerz zu mäßigen, der Natur, die den schuldigen Tribut fordert, nicht zu zürnen, sondern das Geschehene ruhig und gelassen zu ertragen. Philo sieht in Abrahams Verhalten beim Tode Sarahs die Befolgung der philosophischen Grundsätze über die Trauer, wie sie in den von Philosophen verfassten Trostschriften erörtert zu werden pflegten. Schon der Akademiker Krantor hatte in seiner Buche über die Trauer die Metropathie daher den rechten Mittelweg zwischen maßloser Schmerzäußerung und vollständiger Gefühlslosigkeit als für den weisen, allein passenden empfohlen. Nun ja, dass man das überträgt auf Abraham, wundert mich nicht. Ein Zeugnis dafür liegt in den heiligen Büchern vor, die man nicht falschen Zeugnis beschuldigen darf. Sie erzählen nämlich, dass er nachdem er kurze Zeit die Tote beweint hatte, als bald von der Leiche sich erhob. Erster Buch Mose 23,3. Denn offenbar war er der Meinung, dass ein Übermaß von Trauer unvereinbar sei mit der Weisheit, die ihn gelehrt hatte, den Tod nicht als Auslöschen der Seele, sondern als eine Loslösung und Trennung von dem Körper zu betrachten. Da sie dahin geht, woher sie gekommen ist, gekommen, aber ist sie wie in die Weltschöpfung gezeigt worden ist, über die Weltschöpfung von Gott. Gut, das sind auch wieder Philosophien und Meinungen, was man unter Seele nun versteht. So wie nun kein Verständiger betrübt sein wird, wenn er eine Schuld abbezahlt oder ein anvertrauten Gut dem zurückgibt, der es ihm zur Aufbewahrung übergeben hat. Dein Sohn wurde sündenfrei von dieser Welt abberufen, deshalb tröste dich, dass du dir zur Aufbewahrung anvertrauter Gegenstand unversehrt zurückerstattest. Ah ja, ebenso glaubte er auch nicht hadern zu dürfen, wenn die Natur das ihrige zurücknahm, sondern das Unabänderliche ruhig hinnehmen zu müssen. Als nun die Angesehensten jener Gegend herbeikamen, um an seiner Trauer teilzunehmen und nichts von all dem sahen, was in ihrer Mitte bei Trauerfällen üblich war, kein Jammern, keine Totenklage, kein Schlagen an die Brust, weder von Männern noch von Weibern, sondern nur still und maßvolle Trauer des ganzen Hauses wunderten sie sich nicht wenig, wie wohl sie auch schon früher über die ganze Lebensweise des Mannes erstaunt waren. Da konnten sie das Lob über so große und so herrliche Tugend, denn alles an ihm war ja ausgezeichnet, nicht in ihrer Seele verschließen. Sie traten an ihn heran und riefen aus, ein König von Gott gesandt bist du unter uns. 1. Mose 23,6 Eine sehr, gut, ein Fürst heißt es da, glaube ich, aber gut, eine sehr richtige Bezeichnung, denn alle anderen Regierungen werden von Menschen eingesetzt, in Kriegszeiten, bei Feldzügen in Folge von manchen Bösen, dass die Herrschsüchtigen einander zufügen, indem sie sich gegenseitig aufreiben und Fußvolk und Reiterei und Seetruppen gegeneinander aufstellen. Das Königtum der Weisen dagegen verleiht Gott und wenn der Tugendhafte es erhält, so fügt er keinem etwas Böses zu, sondern vermittelt allen seine Untergebenen im Besitz und Genuss des Guten, indem er ihnen Frieden und gesetzliche Ordnungen verheißt. Vorletztes Kapitel. Es ist aber auch noch ausdrücklich verzeiht dieses Lob vorhanden, dass ihm durch So, weiter geht's mit der Aufnahme, kam ein kurzer Anruf rein. So, wir müssen mal Kapitel 45 sein, im vorletzten. Es ist aber auch noch ein ausdrücklich verzeichnetes Lob vorhanden, das ihm durch einen göttlichen Ausspruch bezeugt wird, den Moses empfangen hat. Von ihm wird über Abraham gesagt, dass er Gott vertraute, 1. Buch Mose 15, 6, was sehr leicht auszusprechen, sehr schwer aber durch die Tat zu beweisen ist. Denn wem anders soll man vertrauen, etwa der Macht oder dem Ruhm und Ehren und außerordentlichen Reichtum und vornehme einer Geburt oder der Gesundheit und dem Besitze gesunder Sinne oder der Stärke und Schönheit des Körpers, ist doch jede Macht etwas Schwankendes, da sie unzählige Gegner hat, die ihr Nachstellungen bereiten. Und wenn sie auch einmal gesichert wird, so geschieht dies nur mit der Hilfe vierfachen Leides, dass die Machthaber bereiten und erdulden. Auch Ruhm und Ehren sind ein sehr schwankender Besitz, denn ihr ruhrt unsicher auf urteilslosen Gesinnungen und flüchtigen Worten nicht erprobter Menschen. Und wenn der Ruhm auch andauert, so enthält er doch seiner Natur nach kein echtes Gut. Reichtum und edler Abkunft fallen auch den Schlechtesten zu. Aber wenn sie auch den Tugendhaften allein zufallen, so ist das doch ein Verdienst der Vorfahren und des Schicksals, nicht der Besitzer. Aber auch auf die körperlichen Güter darf man nicht stolz sein, da hierhin die unvernünftigen Tiere uns überlegen sind, denn welcher Mensch ist stärker und kräftiger als der Stier unter den Zahmen, als der Löwe unter den Willentieren? Wer ist scharfsichtiger als der Falke oder der Adler? Wer ist hinsichtlich des Gehörs so günstig gestellt wie das trägste Tier, der Esel? Wer hat einen schärferen Geruchssinn als der Hund, von dem der Jäger behauptet, dass er mit seiner Spürnase zu den entferntesten Jagdbeute zielbewusst hinläuft, ohne sie voll gesehen zu haben. Denn was das Auge den anderen Tieren ist, das sind die Nasenlöcher, den Jagd- und Spürhunden. Sehr gesund ist ferner und nahezu frei von Krankheiten die Mehrheit der vernunftlosen Tiere. Aber in dem Wettstreit um die Schönheit können, wie mir scheint, selbst einige von den seelenlosen Dingen die Wohlgestalt von Männern und Frauen schlagen und übertreffen, nämlich Bildsäulen, Schnitzwerke, Gemälde, überhaupt alle gelungenen Werke der Malerei und Bildhauerkunst, die in diesen beiden Künsten geschaffen werden und die Hellenen und Barbaren sehr hoch schätzen, da sie zum Schmück der Städte an hervorragenden Plätzen aufstellen. Letztes Kapitel über Abraham von Philo von Alexandrin. 46. Ein wahres und sicheres Gut ist demnach allein das Vertrauen auf Gott, wo unenthalten sind der Trost des Lebens, die Erfüllung guter Hoffnungen, das Fehlen allen Bösen und eine Fülle des Guten, das Aufgeben des Gefühls der Unseligkeit, die Erkenntnis der Gottesverehrung, der Besitz der Glückseligkeit und in jeder Hinsicht eine Veredelung der Seele, die sich feststützt auf den Urheber aller Dinge, der alles vermag und das Beste will. Denn wie die Menschen, die auf schlüpfrigen Wege wandeln, oft straucheln und hinfallen, während sie auf trockener und vielbenutzter Straße wandern in ihrer Wege ohne Anstoß zurücklegen, so gewöhnen die, die ihre Seele den Weg der körperlichen und äußeren Dinge führen, sie nur daran zu fallen, denn diese sind ja schlüpfrig und sehr schwankend, die aber auf dem Weg der Tugend leeren zu Gott hin streben. Führen sie einen sicheren Weg, auf dem sie nicht straucheln kann. So kann man in Wahrheit sagen, wer auf jene Dinge vertraut, hegt Misstrauen gegen Gott. Wer bei jenen Dingen misstraut, der vertraut auf Gott. Doch nicht bloß das Vertrauen auf Gott, die Königin der Tugenden bezeugen ihm die göttlichen Aussprüche. Sie haben auch ihn zuerst als den Älteren bezeichnet, 1. Mose 24, 1. Die Septuaginta übersetzt die Worte. Hebräisch durch und Abraham war ein älterer, Pastor, irgendwie sowas da, Ältester, ein älterer Mann. Das steht in der Bibel? Moment, er war ein älterer Mann, okay. Das Wort, kann ich nicht aussprechen, hat zugleich die Bedeutung ehrwürdig. Vergleiche auch mit Rasch, Bereschi, 1. Mose 24, 1. Obwohl die Männer von ihm dreimal und viermal so viele Jahre gelebt haben, es wird uns aber von keinem von ihm berichtet, dass er dieser Bezeichnung gewürdigt worden ist. Und wohl mit Recht, denn die wahre Bezeichnung der Ältere ist nicht in der Länge der Zeiten, sondern in einem lobeswerten und vollkommenen Leben begründet. Ehrwürdig. Vielleicht ist er doch der Fürst oder so an dieser Stelle. Na ja gut, da ich das hebrische Wort dort nicht entziffern kann. Solche nun, die ein langes Leben nur mit dem Körper hinbringen, ohne Streben nach der schönen und guten und muss man langliebige Kinder nennen, die sie niemals des grauen Haares würdig Kenntnisse sich aneignet haben. Wer dagegen Einsicht und Weisheit und Gottvertrauen liebt, kann mit Recht ein Älterer genannt werden, ebenso wie der Erste. Denn der Weise ist in Wahrheit der Erste des Menschengeschlechts. Wie der Steuermann auf dem Schiff der Erste ist, der Herrscher im Staate, der Feldherr im Krieg, wie auch die Seele im Körper und die Vernunft in der Seele und wie der Himmel in der Welt und Gott im Himmel. Und da Gott an dem Manne des Vertrauens zu ihm bewunderte, gab er ihm das Vertrauen zurück durch die eidliche Bekräftigung der Gnahensbeweise, die er ihm verheißen hatte, indem er nicht nur wie sonst mit einem Menschen, sondern wie ein Freund mit dem Freunde sich mit ihm unterhielt. Denn er sagt, bei mir habe ich geschworen, 1. Bose 22,16. Bei Gott ist zwar das Wort ein Eid, aber er schwor, damit die Seele unerschütterlich und fest noch mehr als früher vertraute. Der Ältere und Erste ist also, und so soll genannt werden der Weise, der Jüngere und Letzte, dagegen jeder Unverständige, der nach Neuerungen strebt und nach Dingen, die als die Letzten anzusehen sind. So viel darüber. Zu der Menge und Größe der Lobsprüche über den Weisen setzen Moses gleichsam als krönendes Ende hinzu, dass dieser Mann das göttliche Gesetz und alle göttlichen Gebote beobachtet hat. Tja, genau. Das steht da in 1. Bose 26,5. Ja, und jetzt gucken wir mal, was die Meinung dazu von Philo ist. Nicht durch Schriften belehrt, sondern ohne Schrift von der Natur. Ah, die Natur hat also Abraham gelernt, alle Gesetze, alle Gebote, alle Rechtssatzungen einzuhalten. Ich würde sagen, nein, es hatte wahrscheinlich eher was mit dem Priester der Weise Melchizedek zu tun, der zur Zeit auch aktiv war vor Ort. Nun gut, oder seine Vorfahren, die zumindest in irgendeiner Weise, Heba zum Beispiel, sein Ur-Uru-Opa vielleicht ihm was beigebracht hat. Aber darüber äußert sich Philo hier natürlich nicht, weil es nicht in seinem Kram passt. Weil er sich eifrig bemühte, ihren gesunden und lebensfrischen Anregungen zu folgen. Ah ja, schön erklärt. Was aber die Verheißungen Gottes betrifft, so fragte ich, was geziemt sich anders für die Menschen als unerschütterliches Vertrauen in sie zu setzen. Solche Art ist das Leben des ersten Stammvater unseres Volkes gewesen. Ein Gesetzestreus, wie manche sagen werden. Wie aber meine Darstellung gezeigt hat, war er selbst gesetzt und ungeschrieben eine göttliche Satzung. Ja, genau, genau. Er hatte gar kein Gesetz gehabt, laut Philo. Das hat er alles von Natur aus gemacht, dass er da ein Altar aus unbauenen Steinen opferte und dass er in den Zehnten ging. Alles von Natur aus. Und dann hat es die Bibel übernommen in den Gesetzen Mose, oder was? Ja, so kann man sich das auch erklären, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass Abraham unter allem auch schon die Gebote hatte, wie zum Beispiel Speisegebote. Aber gut, lassen wir das. So, das war jetzt Kapitel 46, das letzte über die Geschichte über Abraham von Philo, von Alexandrin im ersten Jahrhundert nach Christus, also vor circa 2000 Jahren. Wir waren uns dann im nächsten Abschnitt mit über den Dekalog hier beschäftigen. Mit dem nächsten Mal gucken, was auf uns zukommt. Haben wir auch wieder eine Menge an Kapiteln, und zwar 33. Da steigen wir dann ein, so Gott will, nächste Woche wieder am Freitagabend. Wenn es noch Fragen, Anmerkungen gibt zu diesem gelesenen Abschnitt jetzt hier, nutzt den Kommentarbereich. Und so Gott will, hören wir uns dann nächste Woche Freitag zum nächsten Part wieder. Bis dahin, Shalom. Abschnitt. Abschnitt. gewinn dann